Heute ein ganz besonderer Push, denn heute pushen wir Dynamike auch mit dem neuen Dynastie Mike Skin von 0 auf 1000 Trophäen. Den größten Teil werden wir heute in Duo Showdown spielen, zusammen mit Snake. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Und damit starten wir rein in ein ganz besonderes Video, denn heute der erste Duo Showdown Push oder Showdown Push auf 1000 Trophäen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wir haben hier direkt... Oh, wir haben direkt hier ein paar Angebote sogar im Shop. Wir haben noch einige gratis Startups, die wir direkt abholen können. Und vor allem haben wir euch auf dem Main Account auch Dynastie Mike schon freigeschaltet. Wir gehen bei 0 Trophäen, werden ihn direkt maxen. Hypercharge hoffentlich auch direkt. Und es wird absolut geil werden. Wir kriegen hier schon mal den ersten Startup. Ich dachte, wir holen erstmal so ein bisschen Stuff ab, wie immer. Wir haben hier noch einen seltenen Startup. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt ihr natürlich an. Creator Code JoJonas. Wir starten direkt rein. Wir haben auf diesem Account den Robo Mike Skin. Und ich würde sagen, wir kaufen uns direkt auch noch einen weiteren Skin. Und auf dem Main Account haben wir dann auch noch den Dynastie Mike Skin. Und werden den natürlich auch 1K bringen. Aber starten jetzt hier bei 0 Trophäen. Da lasst aber erstmal ohne den Skin starten, wie immer, mit dem ganz normalen Dynamike. Und wir schauen uns erstmal alle Fähigkeiten an. Power Level 7. Kaufen uns direkt das erste Gadget. Holen direkt Snake in die Lobby. Ich denke mal auf den zweiten Account. Denke ich mal zumindest. Und haben hier Brummkreise als erstes Gadget. 1029 Schaden, wenn er sich um den Kreis dreht. Alle erste Runde. Ich habe jetzt dieses Brummkreise-Gadget. Was sagst du dazu? Wie nutze ich das? Grundsätzlich, um wegzukommen, also um zu escapen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man das benutzt, weil du ja auch schneller bist dann, ne? Ja. Ah, das bist du gar nicht. Oh, sorry. Ich dachte, das wärst du. Ich bin echt nicht gewohnt, Duo zu spielen. Ich bin echt nicht gewohnt, Duo zu spielen. Ich bin immer nur Solo. Auch interessant, dass man das Capen benutzt. Das sind Box, bro. Ja, ja. Die sind schlecht am Anfang. Nice. Nein, nein. Also KI ist das. Echt? Ja, ja. Das war KI. Du bist gegen KI gestorben. Okay, ich hol mir gerade das zweite Gadget. Rucksackladung. 1,5 Sekunden Stun. Das ist krasser, oder? Eigentlich. Was sagst du? Was ist denn das? Der Stun oder was? Hab ich nie gehört. Ach so. Ja, ist das eines der besten Gadgets im Game, wenn nicht vielleicht das Beste. Aber ich liebe dieses Stun-Gadget. Jetzt direkt hier, zack. Oh. Ja, nein, nein. Hast du Tipps dafür, wie ich besser treffen kann damit? Sonst auch? Ja, schwer. Also musst du halt wissen, musst du den Gegner halt einfach lesen, ne? Also es gibt jetzt keine Sprache, die du immer triffst. Boah, das macht aber schon Bock, ne? Dynamite ist auch schon so ein Brawler, auf den ich, sag ich ehrlich, auf den ich schon richtig Bock habe. Ja. Ist aber immer noch KI, also ich bin irgendwie noch gegen Bot. Ab wann sind denn keine Bots mehr jetzt hier? Also ich glaube ab 80. Ah, okay. Du spielst ja, wenn du 9 Account erstellst, sogar bis 150. Echt? Ja. Oh, lost. Und, was du auch noch wissen solltest, wenn du 9 Account erstellst, kannst du viel einfacher Rang 35 pushen, als wenn du viele Trophäen hast. Echt? Wieso, wieso, wieso? Ja. Weil du einfacheres Matchmaking bekommst mit Leuten, die auch allgemein weniger Pokale haben. Echt? Ja. Das ist ja ein ultra krasses Tipp. Den Link zu Snacks YouTube-Kanal und auch zu den anderen Mates, die heute geholfen haben, ist wie immer ganz oben in der Beschreibung. Lasst unbedingt ein Abo da. Und ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr in Zukunft keine Brawlers-Push-Folgen mehr verpassen wollt. Vielen Dank. Okay, direkt weiter. Ich gebe Power-Level 9. Komm, ne? Also ich denke, du bist auch besser geworden, ne? Jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Welches erstes Gear soll ich mir holen? Plus 1 auf jeden Fall. Okay, Star Power, ich mache erstmal die erste. Okay, wir haben Springstoff. Junge, der eine Mac reitet auf der Schockwelle, seiner Dynamitstangen kann über Hindernisse schüpfen. Das ist ein geiles Star Power. Okay, genau, was haben wir jetzt? Wir haben zum einen das Plus 1 Gear jetzt nochmal extra und die Star Power kann ich einmal zeigen. Ich habe eine Stunt Sekunde, ist es nicht schuldig. Junge, deine Mac braucht so hart, ne? Man, diese Ulti die ganze Zeit. Man muss das aufpassen. Ja. Genau, einmal hier die Star Power gezeigt, ne? Ich kann hier auch so die Minen, oder wie heißen die Dinger denn? Dynamitstangen draufgehen und dann halt jumpen. Ist halt schon eine ziemliche Skill, Star Power auch, ne? Aber ist halt... Wofür hast du gedacht, die hat zu escapen, ne? Oder wie? Ja, für Solo-Showdown, um einfach safe gegen Edgars Mortis ETC zu sein, ne? Ja, ja. Das ist schon ganz geil. Oh, oh. Das ist ein Shelly, das ist ein Shelly. Oh, yo. Nein! Nein! Die treffe ich nicht so gut. Nice. Nice. Ersten 30 Trophäen. Ich gehe jetzt schon mal... Ne, ich hole erstmal die zweite Star Power noch, stimmt. Okay, Bombenbombe. Würde ich dir auch für den Push-Stand empfehlen. Ja, das ist halt geil, um auch besser zu killen, ne? 1440 Schaden extra. Oh? Oder? Achso, die andere Star Power habe ich gar nicht gesagt, genau. 1440 extra Schaden, haben wir gerade mal kurz gesehen. Ja, die wird jetzt schon reinhauen. Let's go. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gehe ich zu Power-Level 11. Auf geht's. Und Hyper-Charge auch. Ist Hyper-Charge wichtig? Auf deinem Mike ist nicht der beste Hyper-Charge. Egal. Schild? Du brauchst kein Schild, also Damage ist schon in Ordnung. Echt? Damage besser als Schild auf deinem Mike? Bei Showdown? Ja, weil... Erstens schütze ich dich ja. Also, keine Ahnung, du hast ja immer eine Wand eigentlich zwischen dir und dem Gegner. Oder ich bin auch da. Und brauchst Schild halt eigentlich nicht. Dann nehme ich Damage? Echt? Ja, safe, weil... Ja, doch. Okay, dann kaufe ich... Genau. Ich wähle jetzt direkt mal den Skin aus. Okay, so. Robo Mike hier mal in der Lobby. Ich habe den Skin scheinbar schon noch vorhin gehabt auf dem Account. Auch egal. Später noch Dynastie Mike und wir kaufen uns vielleicht auch noch einen. Welchen Dynamike-Skin findest du am besten? Also, ich finde alle Dynamike-Skins schlecht, leider. Was? Ich mag keinen einzigen. Ich finde den Chili-Koch-Mike persönlich auch ganz geil. Den kaufe ich mir vielleicht auch noch später. Wir sind jetzt plötzlich schon müde durch den Diamantik-Gegner. Aber das sind das Richtige wahrscheinlich ab jetzt, oder? Oh je. Ab 50 schon, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre jetzt ab 80. Ja, scheinbar sind das Richtige. Ich meine, den Skin, den findest du nicht geil. Ich schau dir mal die Handschuhe an auch. Wie geil hier aussehen. Nö, ich find den ziemlich schlecht. Warum auch immer. Oh, haben beide gestunt? Nice. Nice, das geht ja schon mal gut los hier. Ja, ja. Oh, ich bin fast down. Perfekt. Ich camp jetzt einfach. Wo positionieren wir uns dann später? So mittig eher, oder? Das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist von Game zu Game unterschiedlich. Also, einfach so, wie es dir der Spielverlauf hergibt. Zack. Zack. Och, die hätten noch treffen müssen. Das wäre schön gewesen. Boah, mach ich jetzt auch Damage, ne? Das ist ja krass. Jeff. Ja. Gleich Hypercharge, Double Kill. Ja. Schön wär's gewesen. Ich hab ja gar nichts getroffen. Das ist ja grauenvoll. Ach, schade. Ja. Ich muss ja das einspielen mit Dynamike. Aber theoretisch kann man mit Dynamike schon ganz gute Plays machen, oder? Ja, vor allem, wenn ich dann mit Gitter auf die Gegner drauf springe, kannst du halt, sag ich mal, extra noch stunnen oder einfach draufwerfen. Also, das ist schon, geht schon gut. Ja, ja, das wird übel blocken, bestimmt mal schauen. Boah, jetzt haben wir hier so ein Doppel-Angelo-Team einfach schon, die hier so richtig rein sweaten, ne? Das ist ja unfassbar, hä? Oh, pass dir an. Aufpassen hier, der hat die Gift-Bolke noch aktiviert. Ein bisschen aggressiver, soll ich aufpassen. Eigentlich mit 13 Cubes normalerweise, hä? Okay, sehr schön. Ja, gut, ist aber. Nice. Ah, ich hab so 20 Anläufe gebraucht, was ich einmal getroffen habe, aber egal. Okay, Zwischenstand. Wir sind bei 67 Trophäen, 8er Streak. Oh, ich hab auch übel viele Quests nebenbei, erledigt. Boah, okay, sehr geil. Öffnen gerade nochmal die Belohnung hier. Oh, wir hätten auch gleich Kit. Das nennt ihr dann auch gleich auf Kit, by the way, hat er schon gemeint. Wir hätten auch genug Bling für einen weiteren Dynamax-Skin. Das werden wir eigentlich noch ausnutzen. Wir holen jetzt direkt irgendwie so einen, mal so einen krassen Skin. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, Kit zu kriegen. Credits hier nochmal. Nochmal einen epischen Drop. Nochmal, äh, Dings. Gems nochmal. Den Pin. Ja, die finde ich inzwischen ein bisschen langweilig, weil ich sie zu oft geöffnet habe jetzt. Jetzt ist es geil. Ja, okay, dann nehme ich Save die Credits. Ich will Kit bekommen, ich will Kit bekommen. 3.092 von 3.800. Vielleicht kriegen wir den heute irgendwie. Kann schon machbar sein. Ne, ich will den jetzt nicht jetzt beischauen. Haben auch Trophäenpartbelohnung. Und wir können uns auch noch direkt den Schimmling, äh, Schimmling, wollte ich sagen. Chilikoch Mike kaufen. Den finde ich ohne Witz ziemlich geil. Ich meine, das Handy ist doch schon sehr random für den Modus, ja. Gar nicht mal wie du denkst, also Sandy ist gar nicht mal so schlecht in Schaudern. Die ist besser geworden über die Monate, ja. Cool jetzt da. Was machen die da, hä? Toll. Also hier haben sich wieder so ein bisschen bot-mäßig verhalten, oder? Keine Ahnung. Junge, diese Double Angelo Teams gehen mir richtig auf die Nerven, hä? Ich stun hier ein? Komm mal her. Ja. Du stunst, den ich den gestunnt hab. Jetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bisschen früher und dann ist perfekt. Ja, ja. Na, die holt war ein bisschen wild. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh Gott. Sorry, ich hab in den Chat geschaut. Echt? Oh, je. Ja, das ist gut. Ach, Bro. Der kommt mit acht Cubes an, oh, je, oh, je. Aber wir kriegen trotzdem bis vier. Ich hab jetzt Hyper-Charge, sonst. Ja, mach an und kill die links. Oder oben, genau. Nice. Ab ein. Den hab ich fast auch noch. Jawoll, sehr schön. Nice, hab ich auch bekommen. Ah. Sehr gut. Ja gut, ich meine, auf der Höhe müssen wir halt von gewinnen auch, ne? 90. Okay, nächstes Game 100. Nächstes Game 100 schon mal. Okay, 17 Minuten scheinendes Game für 100 Trophäen. Ist okay vom Tempo. Ist okay. Die ersten zwei Games hab ich auch ein bisschen gewartet. Ja, ja. Und Roller zu upgraden. Genau. Können nach oben gehen. Boah, ja, das ist ein sauguter Start. Besser geht's nicht an beide fünf Cubes. Ich laufe am besten, schon mal ein Tipp, ich laufe am besten mal genau da auch hin, wo ich hinlaufe. Außer du siehst irgendwie grad eine super Gelegenheit, wo du es dann einfach besser weißt. Okay, weil du so ein bisschen mein Schutzhild bist, oder? Schätze ich mal. Auch mit Kitsch wäre da dann so? Äh, nee, eher, weil ich ganz gut weiß, wie man rotieren muss. Und wenn du dann auch so rotierst, ist das halt dann perfekt. Ah, okay, okay. Damit ich ja nicht alleine stehe gegen Gegner und so. War das dann gut? Nee, war okay. Das Ding ist, du hast ja vier Gadgets. War okay, ja, war gut. Okay, okay, also jetzt an deiner Stelle nicht gesetzt, um einfach halt gegen bessere Gegner dann aufzuheben. Ja, das Ding ist gefühlt ist jetzt alles gewastet, also jedes Gadget, weil die halt alle so... Ja, die Ult war jetzt auch gewastet. Ja, das stimmt. Die hat eine große Hitbox, also... Also dafür, dass wir auf 100 Trophäen sind, threaten die... Jetzt, aber der Stun war, glaube ich, ganz okay, oder? Wobei, nee, war nicht okay, weil du auch gestunnt hast in der Sekunde. Ja, gut, aber das wäre nicht dein Fehler. Passiert. Kann ich die One-Shotten? 6.000 Sieben probieren müssen wir. Aber mit Kulti, ja. Ja, sie läuft ja in den Poisen. Kann man machen. Ja, sie ist... Doch, er ist respawnt, er ist respawnt, genau, in der Sekunde, das kann nicht sein. Ah, das Stun-Gridget war auch ein bisschen wasted, egal. Achso, ich dachte, du fährst nicht Sinn. Ne, ne, ich habe nicht genug Damage. Oh, okay, ich wollte schon sagen. Das wäre wieder so total los geworden. Mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf, schnell. Oh, ich sehe es. Mal zu. Ah, du hast die Ult hier gesetzt, sehr gut. So. Schlechter Starn von mir. Jawohl. Ah, 7.000 Damage. Okay, Zwischenstand, 19 Minuten, 3-0, 6-0 und 100 Trofe. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal die neue... Okay, was muss ich machen? Muss ich irgendwas anders machen? Nö. Einfach immer mit mir mitlaufen, dass, wenn ich auf den Drauf springe, du dann da bist. Oh, wir spielen gerade gegen Bots. Nice. Achso, das sind Bots. Nein, ich habe mich schon so... Oh. Dann bist du am Ort gestorben. Das kann ich. Das ist ein Schellchen mit euch. Das ist passiert. So ein Vorsichtiger vielleicht zeigen kann, dass ich jetzt sterbe irgendwie. Ja, ja. Ich gebe auf die Kiste nach unten. Ich werde immer so geflamed, wenn ich gegen den Bot sterbe oder so. Auch wenn ich irgendwie auf dem Death Build spiele. Ey, ey. So, jetzt springe ich da drauf und dann kannst du die einfach killen, ne? Aber eigentlich ohne Stun sogar, oder? Ja, du kannst den anderen, auf den ich nicht springe. Zum Beispiel, wenn ich auf sowas drauf springe, ist dann den, der nicht gedinkt ist. Ja, das ist echt smart. Oder finish halt wirklich den, auf den ich gerade drauf springe. Weil, umso schneller du den finischt, umso besser. Ja, ja, ja. Das ist eh gut. Hab einen hier. Sehr schön. Nice. Jetzt fühle ich mich immer schlecht, wenn ich jetzt den Stun-Gadget benutze, wenn ich mit wenig Cubes habe. Oh, oh. Knapp hier. Oh, der Angelo. Ja, der nerft natürlich jetzt extrem. Oh, je, oh, je. Nice. Die Ult war ein bisschen Overkill dann. Oh, ey, ey, ey. Wenn du Stun kannst, dann Stun. Absorbiert. Oh, los. Ich bin ja gestorben. Oh, oh, oh. Boah. Das war ein bisschen aggressiv wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Nein, nein. Das war gut. Der ist unsichtbar wahrscheinlich. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin das auch zu. Und braucht er. Hätte ich die Cubes irgendwie nehmen sollen? Ja, du hättest einen Cube einsammeln, das hätt schon gereicht. Aber alles gut. Ja, das Standard hat auch daneben. Obwohl ich keinen Stun mehr, das wird natürlich ganz schwer. Ja, ich versuch gleich auf den Angelo zu springen. Und dann machst du Ulti. Also erst Auto-Attack und dann Ulti, ne? Ne, erst Ulti und dann Auto-Attack. Ach komm. Das machst du jetzt? Ja, gut. Ey, Platz 2 ist auch immer gut. Weil wenn wir Platz 2 erholen, ist immer Winstreak und Ulti. Ja, sauge das U-Bus-Grabbel ist 11. Sekunde, die stehen beide AFK rum. Habt die beide dann. Ja. Nice. Das war übel bitter. Die waren beide rumgestanden. Die Matchen, die sind gerade in der Sekunde reingekommen und waren beide instant gestartet. Ich weiß es nicht. Aber was ich schon krass finde, ist, wie du einfach merkst, dass die Gegner nicht schlecht sind. Also, dass sie einfach direkt schon wissen, was sie machen. Ja, also wir spielen hier überhaupt nicht auf dem Niveau von keine Ahnung, wie viele Trophäen. Das ist echt krass. Nice, hab einen bekommen. Ja, ist auch stark. Aber das sind keine Gegner mehr wie früher, oder? Wann haben die das denn umgeändert? Nein, nein. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das haben sie auch... Ich weiß nicht, ob sie das announced haben. Komm mal. Boah. Du kriegst da... Wie viele kriegt man doppelte Cubes hat man ja praktisch, ne? Mit der Star-Power. Genau, also hatte ich im Endeffekt gerade 24 Cubes. Boah. Das ist crazy. Ja, das ist echt krass. Aber Kit ist ja eigentlich nicht mehr wirklich stark, oder? Das liegt da eher an... Das ist eher ein Showdown, oder? Ne, in 3 gegen 3 ist sie auch gut. Und in 2-Showdown auch, nur in Solo gar nicht mehr. Weil da bringt es ja gefühlt nichts, wenn du irgendwo drauf... Wobei, selbst in Solo ist sie gut. Ich denke, Kit ist sehr underrated persönlich. Okay, krass. Wo würdest du ihn platzieren im Browder? Ja, also in Solo-Showdown auf jeden Fall locker Top 20. Ähm, in Duo-Showdown Top 5. Und in 3 gegen 3... Ja gut, da müssen wir vielleicht nochmal einen E-Sportler fragen, aber... Ah. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich moven soll. Ich geh mal so ein bisschen in die Richtung. Ja, hier. Denk uns. Ja, okay. Jetzt hab ich sogar einen Stun-Goist. Das stimmt. Ich will da nicht angreifen, ey. Das ist echt nervig. Ey, das ist ja echt krass. Oh, jetzt. Sehr gut. Nein. Wenn ihr auf mich drauf springt, killst du die Kind natürlich. Ja, 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 ja. Ich bin gleich auf irgendeinen drauf und den holst du dir da. Pass auf, der andere Kit kommt das auch vielleicht gejumpt. Oh. Was machen soll? Hm. Was hätt ich denn was machen können? Oh! Warte gut. Oh, krass. Äh. Was du jetzt machen können? Äh, eigentlich nix. Ja, okay, okay. Jetzt, äh, theoretisch, also was ich gemacht hätte. Ich zum Beispiel wusste, dass die Kit unsichtbar geht. Ähm, und dann hätte ich einfach... Predicted. Also, dass die halt kommen und dann, äh, Stun geworfen, ne? Soll ich so vorlaufen, oder ist das bad? Hm, ne, das ist in Ordnung. Ach, Digger. Danke. Kein Problem. Nice, hab nochmal gestunt. Ich helfe dir mal. Genau, da hättest du mehr Schüsse machen sollen. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab Rentnerjäger. Ne, doch nicht. Rentnerjäger. Das war zu offensiv von mir, das war lost. Komm mal. Oh, okay, hast du gecarried? Sehr gut. Ich muss auch vielleicht ein bisschen defensiver... Junge, das ist auch krank, ne? Das ist 15.000 Leben. Ja, das ist echt heftig mit Kit. 10 ist die Frage. Ah, da sind sie. Geht in das? Ah, das war's. Ja, wobei, das war eigentlich nicht smart, was er gemacht hat. BTF. Schön. Let's go. Sehr nice. Okay, halbe Stunde sind wir drin. Aktuell 167. Ja. Streak halt müssen wir noch halten. Das wäre, glaube ich, wichtig. Aber wenn wir es schaffen... Okay, lass mal das Ziel machen. Jetzt nächste halbe Stunde nur gewinnen. Das schaffen wir. Ja, safe. Denk schon, ja. Immer zuerst auf Gegner oder auf die Kisten? Dann gehen wir beim Summoner nach. Ähm, immer zuerst auf die Gegner. Als Dive. Ja, ja, wenn die dann hier. Sehr schön. Einmal den killen. Sehr gut. Ah, knapp daneben. Schade. Jetzt hast du halt wieder genug Cubes. Sobald du halt so sechs, fünf, sechs Cubes hast, ist das halt eh crazy. Gehe invest. Ja. Und ein Double Kill. Nice. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte. Hier oben stun ich gleich einen. Ja. Kannst du vorschießen? Hey, wieso spint der sich so? Der kennt uns wahrscheinlich nicht. Okay, okay. Nice. Let's go. Läuft doch. Ah, läuft sehr gut bisher. 3-0, 4-0. Ja, was hat die denn jetzt vor? Hat er dieses Gadget mit dem Durchschuss? Oh je, soll ich auch wissen. Ah, die nerven hier extrem gerade. Ich komme hier gerade nicht raus, leider. Äh, ich helfe dir mal. Hab einen. Ne, ja, beide. Alles gut. Ja, ich wechsel gleich mal von dem Chili, äh, vom Robo Mike auf den Chili Koch Mike, denke ich. Oh. Nice. Nice Session. Ja, ich glaub, der kennt uns auch. Yo, das war richtig gut. Wieso hat er sich auch gespinnt, oder wie, hä? Ja, das passiert oft, weil die Leute mich einfach kennen und dann geben die mir ganz oft einfach Instant-Incruhungen. Ach krass, ach krass. Kennt die wahrscheinlich dich eher sogar von den TikToks, schätze ich mal, ne? Ja, das kann sehr gut sein. Durch TikTok hab ich ja so eine riesige Reichweite bekommen. Ja, ja, ja. Oh, das wird jetzt schwierig gerade, ja. Seis. Oh, der geht nicht auf uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Nice. Ha, das war gut. Das war doch mal was. Ja, auf der Höhe wird es noch werden, aber ich bin mal gespannt, wie ich mit das spiele, wenn wir höher kommen. Ja, da werd ich auch viel passiver spielen, also. Ah, okay. Och, Mann. Das ist also zwei gewesen. Oh. Ah, vielleicht schaffst du's noch. Das ist so dumm, ne? Man kann halt nichts machen, wenn so eine Kid aus dem Busch kommt. Genau. Ich bin auch schneller als Edgar. Übrigens, wenn wir später, ähm, warte kurz, kill den kurz. Ähm, wenn wir später auf High-Elo spielen, das soll jetzt nicht irgendwie Toxic rüberkommen oder so, aber wär nice, wenn du da nicht so, ah, vielleicht schaffst du's so oder so, vielleicht sagst, weil das macht mich mega nervös und dann, ähm, spiele ich schlechter. Was, 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 was? Ah, ich soll mich nervös machen, meinst du beim Kommentieren? Wenn wir später auf High-Elo bin, genau. Äh, du bist richtig nervös? Ja, nicht nervös, aber dann konzentrier ich mich schlechter, besser gesagt. Ach, krass, okay. Aber ich kann schon noch kommentieren zwischendrin. Also, darf ich meine Zunehmen? Safe, 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 safe. Also, ich soll eher weniger deins kommentieren einfach wahrscheinlich dann. Genau, wenn's grad irgendwie, wenn ich grad im Fokus bin oder so. Ja, 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 ja. Dann sag ich so, oh, jetzt wird's knapp und dann haust du den Schuss daneben. Vorbei ist es. Genau, genau, genau. Okay, hast du starten. Ja, jetzt neigst du dich da wunderschön rein, sehr stark. Jawoll. Stark. Ding ist halt, sobald du erstmal ein paar Cubes hast, ist das halt immer easy. Ich sag ehrlich, also diese Angelos nerven mich ja jetzt schon. Ja, mich auch, aber das wird weniger. Achso, achso. Das ist gut, wenn's weniger wird. Kann man noch schießen? Ja. Nein, war gar nicht nötig. Ja, jetzt beide mit 10 ist sehr geil. Ja, auf Kit kann ich euch jetzt eigentlich nicht so gut drauf gehen. Ich mach rüber. Krass, dass du deinemal Kit gesagt hast. Also, früher war ja immer Tick-Max die beste Kombi, weiß ich noch. Also, ich hab das nur gesagt, weil du ja irgendwie einen guten Brawler haben wolltest. Achso. Besser wäre natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Jean gespielt hättest oder irgendwie... ...Shelley, denk ich, wär auch noch besser gewesen. Ja, Penny, was? Wieso Penny? Shelly. Shelly. Shelly, achso, Shelly. Ja, Shelly hätte mich theoretisch auch machen können, aber... ...ich hab auch nur Abstimmung gemacht. Deswegen ist Shelly auch diesen neuen Shelly Dancer Skin gehabt, aber... ...und stimmt. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ja, aber ich dachte mir halt, komm. Deine Mike hat auch einen guten Skin und die meisten waren auch für Deine Mike. Sammel mal bitte einen Cube für mich ein. Ja, wo bist du? Ja, sammel mal gleich den Cube hier oben ein. Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Da ist ein unterer. Da unten liegt auch einer. Ja, oder sammel den einfach ein. Ja. Okay, sammeln in Zukunft nicht mehr die Cubes ein. Weil, ähm, es gibt einen Bug. Wenn du die Cubes einsammelst, zählt meine Star Power nicht. Ist das ein Bug oder solltest du sein? Das ist wahrscheinlich ein Bug, denke ich. Lol. Hä, das ist ja ultra-random. Wie lost. ETF. Das ist sehr, sehr schlecht. Hätte ich auch gewusst, hätte ich ja ein Brawl nicht gespielt. Sag ich, wie es ist. Oh. Muss ich halt jetzt immer die Cubes halt lassen. Boah, das ist ja übel. Ja, wenn es halt geht. Wenn es nicht geht, dann sammelst du die natürlich ein, aber sonst... Ja, 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 klar, klar, klar. Aber ich bin hier unten auch ein bisschen... Ach so, sorry, sorry, sorry. Ich vergesse immer, dass dir helfen soll. Oh. Das war gerade noch so, aber ich war übel. Ich war auf Deine Charlie oben die ganze Zeit. Ja, da oben ist sie. Oh, das war schön. Let's go. Nice, haben wir getroffen. Nice. Noch geiler wäre gewesen, hätte sie die rechts gestunnt, weil die waren ineinander. Ja, ich weiß. Bombe, Bombe, Bombe. Ja, so auch. Nice. Wäre Bombe besser gewesen als Stun? Das Stun ist safer. Ah, okay. Immer erst Bombe werfen und dann Out Attack, weil dann hast du sofort wieder ult. Ich erkläre dir jetzt mal was. Stun mal ein und dann drück... Ah, wobei, jetzt One-Hits-2-E alle. Ja, das ist ein bisschen... Wie der diese Mini-Schüsse raushaut, wie geil ist das denn? Ja. Damit kann man sehr gut den Busch und so scannen. Ah, stimmt. Ich habe dir mal nachgedacht. Es läuft. Also Angelo zum Beispiel, deswegen ist auf Angelo auch das Vision-Gear sehr gut. Sau stark. Die Leute machen es schon immer wirklich lustig. Ich habe das gestern im Push die ganze Zeit gesagt, weil ich so angespannt war. Diese fünfmal wäre in der Runde mindestens gesagt. Ja, ja. Und dann die Anspannung. Sehr schön. Zack. Die Ult war absolut scheiße. Ja, also der Ult muss halt ein bisschen geduldiger sein wahrscheinlich einfach, ne? Schätze ich mal. Ja, ich denke schon. Er bleibt erst im Busch. Und jetzt kannst du zum Beispiel Stun bereit halten. Und dann hättest du einfach die da unten beide killen können. Vielleicht kannst du es immer noch. Weil du hättest halt Lust, aber... Hi Elo, hättest du halt erst warten sollen. Ja, ja. Ich check's jetzt. Danke. Gut, dass du mir das direkt sagst. Wusste ich nicht. Hier oben einmal. Oh, die haut rein. Ey. Das ist halt mal Schadensprung. Das ist greedy. Mann. Ich wollte unbedingt diesen Kill kriegen, nachdem ich beide getroffen habe. Naja. Okay, ich komme jetzt hier von der Seite. Ich kann auch leider die da oben nicht anspringen, weil... Ja, ja, ja. Lass da mal. Auch so ein bisschen nach unten buchen. Wenn du einen Stunst, ist das easy. Okay. Hab nicht getroffen. Nein, nein, nein. Oh, der ist sehr low jetzt. Da ist noch ein Pearl drin, ne? Ja. Hab ihn getroffen scheinbar. Bin ich da im Busch jetzt? Das Jackie, glaub ich, ist das. Meine Calls sind ja grauenvoll. Ja, also Jackie Stunnen wäre perfekt. Ah, ich probier's irgendwie. Ah, die kommt halt nicht her, leider. Alles okay. Hier die Stone. Aber hier die. Oh, ich helfe dich, ich helfe dich, ich helfe dich. Ah, mein Aim. Die hätte ich treffen müssen. Auch am besten mal Eindruf fokussen, wenn's geht. Ah, ja, stimmt. Guter Tipp. Lass mal kurz warten. Einfach, ja. Nice. Ja, der respawn natürlich wieder. Ohnlos. Junge. Ja gut, deswegen ist das dann, wenn wir einfach da... Ah, die hat auch das Schedule dabei. Okay. Ähm, ich geh auf die Pearl. Okay, dann geh ich auf Jackie. Genau, genau. Zack. Oh. Boah, 11.990 Schaden oder so waren's, ne? Das ist crazy. Ja, ja, dann war ich eh heftig. Dann fahr ich auf den hoch. Nice, sehr schön. Ja, das ist halt echt geil. Vor allem kann ich auch instan das 4000 Schaden mitmachen schon. Das ist eh gut. Ja, hättest aber auch zweimal drauf schießen sollen, hättest du direkt ult gehabt. Hm, guter Tipp, ja. Ich mach ja... Ja, ja. Also finischt die immer. Ja. Und geh ich einfach auf den Surge hier. Dieses Jump-Gadget hat er auf jeden Fall. Alter, brauchst du mir jetzt nicht helfen, den krieg ich auch so down. Oh. Hast du den? Nee. Dann komm ich noch. Boah. Der hat mal ganz schön miesen Poisonfall mitgegeben, ey. Boah. Nee, 3-Tour-Ding ist so schade oder so. Ja, ich komm ich komm. Ich spiel den auch direkt. Ja, das ist halt so geil, wenn man erst mal ein paar Cups mit Kidd hat, ne. Oh, oh, oh. Ja, stimmt. Ich hab einfach diese Stange genutzt, hä. Nice. Hast du auf. Ich muss hier was machen. Let's go. Bin ich bei dir auch so rumgebugt? Auf dem Wasser? Was ist passiert? Nee, alles gut. Ich war einfach nur kleiner Visual-Bug. Ich stell mich in meinen Bursch und dann mach ich Stun an, ne? Ja. Okay. Hm, hat fast funktioniert. Aber nur fast. Der hat 5 Cups der Spike. Immer Auto-Aim einfach nutzen? Ja, oder? Wenn der gestand ist. Genau. Ähm, außerdem, ähm, wenn du so merkst, okay, jetzt könnt ihr wahrscheinlich auf jeden drauf springen. Halt auf jeden Fall immer 2 Auto-Attacks ready, dass du immer zweimal draufschließen kannst. Oder halt ein Auto-Attack und Ulti. Ja, danke. Okay. Richtig, stimmt. Und wenn du Ulti hast, dann drück erst Ulti und dann Auto-Attack, weil dann hast du wieder Ulti. Ja, danke. Das sind wichtige Tests gewesen, okay. Ich bin bisher wahrscheinlich ein bisschen langsam, ne? Ja. Das war sehr schön. Ja, ja, okay. Genau so, ja. Ja, ich ganz still kurz, um mich zu konzentrieren. Jetzt hab ich Ulti gewonnen und erst Ulti. Ah, Angelo, der macht deutlich mehr Damage. Oder ne? Ich geh auf den hier. Besser. Ja, genau. Und dann die Ulti lieber werfen. Dann hab ich, okay. Oder war das nicht Lost, der Ulti? Ist ja nicht schlauer, erst mal zu schießen. Äh, wo hast du jetzt die Ulti draufgeworfen? Auf den Pearl. Was aber das war. Das war ein Larry und ein Angelo. Dann war es ein Larry. Da wir 10 Cubes hatten und die 0 brauchst du dann Ulti nicht werfen. Dann reicht ein Auto-Attack. Safe. Okay, das sind Larry und Lowey einfach. Die sehen dich, ne? Du warst nicht im Busch drin, Bro. Echt? Du warst nicht im Busch drin? Ach du Scheiße. Ups. Jetzt noch einen killen. Die Kit da oben, die Kit da oben. Komm zu mir, Bro. Ich dachte erst Larry und Lowey, sorry. Nein, nein. Die Kit hat 7 Cubes. Die ist ja viel mehr wert. Also die hätten wir auf jeden Fall killen. Oh. Boah, ich dachte schon. Okay, alles gut. Jetzt 12 Cubes. Ja, jetzt kannst du eh super für Leben. Also eigentlich sogar easy killen, oder? Ja, ja, safe. Ja, safe. Ich wollte nur kurz fielen. Boah, machst du Schaden aber auch, ne? Ja, komm, so ein Fail passiert, Leute. Man kann aber mal neben dem Busch stehen. Das ist alles taktisch. Ich wollte hier reinbaiten. Das kann man aber wirklich machen, oder? Wahrscheinlich sogar. Habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht neue Meter, wer weiß. Deswegen ist das ja auch so überraschend. Man rechnet nicht damit. Und dann plötzlich so ist ein Busch. Es könnte eh klappen. Ohne Witz, oder? Oder ist es los? Ich weiß nicht. Boah, ich denke nicht, aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht funktioniert es auch. Ja, guck mal, positive Kills sind jetzt auch aus der Runde. Richtig. Ich gehe Richtung Mitte schonmal, oder? Ja. Perfekt, ja. Das war sehr gut, wie du das gemacht hast. Das war perfekt. Ich weiß. Danke. Gerne. Ah, ich habe Miku bei mir. Ich muss weg. Ich glaube, ich muss immer auch helfen mit dem Typen. Okay, der ist absolut lost irgendwie. Lost. Ah, schade, schade. Ich hätte früher Invis gehen sollen, dann. Beide drin. Boah, Junge, ist das nervig jetzt hier. Aber die Andalos sind wirklich... Boah, nee. Ich glaube, ich bin gerade woanders. Ja, das ist gut. Ich habe gerade Probleme. Ja. Oh, bin beklommen. Oh, mein Gott, ey. Sehr schön. Ja, 5-0 wird schwierig, Chat. 5-0 wird schwierig, Chat. Äh, Keeps kannst du jetzt nicht nehmen, ne? Ja, aber ich kann den hier killen. Ja, ich gehe auf safe. Ist ja zu sterben, dumm. Boah, der nervt ja so hart. Hab ihn. Ja, 2-0 ist es. 2-0 besser als... Ja. Aber solide Runde trotzdem. 1-1 gegen Angels haben wir gewonnen. Ja. Ich nerf ihn ja so hart, das ist ja unfassbar. Vor allem noch mit diesem Gadget. Gleich, ja, da ist es wieder. Ah, das stimmt. Hat er gedacht. Das Gadget ist echt unangenehm. Ja, ich denk jedes Mal, ich aim dann schon und dann jumpt der so weg und ich denk mir, ja, Alter. Ja, der Jump ist echt okay. Oh, ne, Miku ist auf mir. Scheiße. Thomas? Boah. Kiel dich einfach. Bleib da stehen. Ja, ja. Oben, oben links war noch ne Kiste. Wie gesagt, ja. Wer ist die Janet? Ja, ich komm hier nicht raus. Anschluss. Alles gut. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du musst mich opfern, sagst du? Was hast du denn jetzt? Ja, ja. Kein Problem. Ja, schon wieder so ein Angel. Oh je. Irgendwo das 16.000 Leben, also wenn man erstmal ein paar Cubes hat, ist halt genial. Ja, perfekt hast du. Ja, ich kann ja einfach reinspringen. Ah, die haben diese Doppel-Wasser-Comp genommen. Ah, so. Okay, Zwischenstand. Ich glaub, wie viel sehe ich in Folge jetzt? 16. Und ich hab die erste Mastery geschafft, geil. Hab beide. Oh, das war satisfying. Das war schön. Jetzt hier oben direkt. Versuch dann immer so ein bisschen in die Richtung zu laufen, wo du nicht reinläufst. Um die ein bisschen reinzutreiben. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ah, ist gut? Okay. Ja, ja. Ach, Junge. Der Autos läuft ja anders weg. Ah. Ich hätt eigentlich, ja egal. Ich hätt eigentlich trotzdem hinlaufen können. Es ist immer schlimm, wenn die einfach weglaufen. Das ist immer das Nervigste. Vor allem auf unterer Elo. Bro. Gerade Mortis. Gibt nichts Schlimmeres. Ja, ja. Aber noch schlimmer find ich Miko persönlich. Ist ja gar nicht. Ich find Mortis schlimmer. Echt? Er hat auch jede drei Sekunden diesen Long Dash. Zack. Nice. Was auch geil ist, wenn man immer so einen Gegner dann One-Shotten kann mit so 10.000 Schaden. Das ist echt geil am Anfang. Oh, hier, da. Schmeiß doch rein, schmeiß rein. Alles, alles, alles. Ich hab nicht gecheckt, ich hab nicht gecheckt. Ich dachte, die wären ein selbes Team, weißt du? Weil die auch gleich viele Cubes hatten. Das war sehr verwirrend. Nice. Und dass wir das gewonnen haben, ist schon frech, sag ich ehrlich. Die Kids hatte drei Cubes hier, einmal neun. Oh. Ja, okay. Dann hab ich das falsch gesehen. Geh ich den Burschen stun, oder? Genau. Also, der hat dich ja gesehen. Ja gut, er lässt sich trotzdem stun. Gar nicht. Nice. Na gut, leider nicht da auch. Ist okay, ist okay. Hab'n Widerstuck. Ah, ich kill den anderen. Nice. Genau so. Oh, da kommt unten ein Angelo. Sehr überrascht. Ich kill den. Ja. Oh, kill den mal, kill den mal? Ja. Ja. Oh, rip, rip, rip. Geh lieber weg, wenn du nicht verlieren möchtest. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Hitten lassen, ja. Ja, sau. Abgestorben natürlich. Ist auch noch ausgerechnet dieser Artide. Ja, ja. Halt ihn mal gleich weg von mir am besten. Geh mal in irgendeinem Busch in den unteren hier zum Beispiel. Gleich. Ne, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ja, ja. Bis auf, wir müssen nach oben lieber kommen. Ja, genau. Ja, hier ist gut. Was macht der da? Erstmal, ist okay, ist okay total. Sag du, soll ich erstmal bleiben? Ja, okay. Hier unten in den Busch rein. Natürlich perfekt, wenn du was stunnen kannst. Ah, Junge, 7000 hätte ich, shit. Kannst du holen? Ich springe auf den Dorf, du killst den. Ja, nice. Sauber, sauber, sauber. Genau so dann später. Nicht nur, dass es nicht so knapp wird. Das ist ein Fall. Nice. Guck mal, Platz 1 scrollt. War doch okay, oder? Ja, kleiner Hinweis aber noch. Schau, dass du so schnell reagierst wie möglich. Sei es mein Jump auf die Gegner, weil ich nicht so schnell reagiere. Ich bin ja nicht ewig auf den drauf. Und teilweise bin ich auch abhängig davon, dass du die schnell killst. Damit ich auch wieder weglaufen kann zum Beispiel, ne? Ah, ich hab's schon probiert, so schnell das geht, ja. Ich probier noch schneller. Okay. Ja, nee, alles gut. Also mach so, wie du's kannst. Und dann, das reicht, ja. Oh je, oh je. Was jetzt? Ich bin teilweise echt da ein bisschen los mit der Höhe. Na gut, das darf ich nicht sagen. Ist eigentlich fast noch gestorben an dem, aber ich hab ihn. Boah, wo du kommst? Ja, wir können die killen. Na gut, die läuft weg. Ah, Batteriemeldung. Ich muss unbedingt dran denken, Batterie zu dingsen. Oh. Ja. Es war grad fast die Batteriemeldung, die's mich gekillt hat, sag ich ehrlich. Hilft's dir, wenn ich vorher sage, dass ich jetzt reinspringe? Dann mach ich das. Ja, ja. Mir helfen muss ich. Okay, okay. Ich sag dann einfach immer Springe. Ist schnell und dann... Ja, ja, ja. Gut, ich springe. Ja. Oh, oh, oh. Ja, okay, passt. Braucht du deine Hilfe ein bisschen? Ja. Ja, halt ein bisschen weg, genau. Ah, ich vergesse, dass er die Ult hat. Was mach ich denn da? Eieieiei. Was ist das denn für ein Mist? Ich hab dich fast selber gekillt noch, ne? Ja, du hast den Mist. Ich merk's jetzt erst gerade. Ich wusste nicht, was ich machen... Das hätt ich machen sollen. Alles gut. Einfach nicht schießen. Jetzt nur. Ich bin down. Zerlast. Eieiei. 3. Ja, ist auch verwirrend, ey. In der Situation gewesen. Ich hab selten, dass ich... Vor allem in Showdown hat mir die Situation selten. Ich kenn das nur von Braw, aber ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, schade. Egal, aber wir haben... Sehr gut, zum ersten Mal ist es nicht gewonnen, aber wir haben immer noch die Streak gehalten. Das ist das Wichtigste. Nice. Ich sammel den ein. Schau mal, wie die Lola heißt. Was hast du zu dem Namen? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Hier, komm, komm, komm. Ich seh's. Oh, oh. Junge. Lass mal Kommentar los, ne? Ja, lieber nicht. Lieber nicht. Jetzt müsstest du zum Beispiel wieder bei mir stehen. Ja, sorry. Stimmt, stimmt. Das war ich abgelinkt. Genau. Jetzt muss ich leider... Da wieder raus, weil die mich jetzt gescannt haben. Guck, das war taktisch. Der Name, weißt du? Die hatten's abgelenkt. Ne, ne, deswegen. Lass mich. Ah ja, okay. Sehr schön. Sehr nice. Ritter, leider bleiben. Ich glaub, die sind da oben, ne? Ja, ja. Ich hab mal vier Stunts. Schön. Ich wollt grad sagen, wenn sie da hinläuft, dann ist sie irgendwie down. Ja. Let's go. Perfekt. War der unsichtbar? Den kann er nicht gewesen sein. Ja, der war einfach... Ich frag doch, war er unsichtbar, Mann. Wird gecampt. Wird echt im Bush einfach gecampt. Okay, egal. Ja, für den Bush machst du zwei Auto-Attacks auch. Also du kannst ja nicht mit einem einzelnen Auto-Attack, glaube ich, scannen. Okay. Hab zwei Stunts, hab zwei Kills. Sehr schön. Danke für den Tipp mit dem Bush warten. Das ist ein Zeichen gewesen gerade. Ja, ja. Wir sind einfach so reingelaufen. Weil nebeneinander hab ich beide gelegten Stunts. Bei mir sind alle tot. Ich weiss nicht. Okay, dann komm. Wir müssen den Gray hier killen. Der ist oben. Boah, das war's halt, das fein. Da respawn gleich einer. Geh, kurz stehen einmal. Ja, alles gut. Ach, Mann. Abgefangt der Teleport. Du musst ein bisschen aufpassen. Wir werden grad ein bisschen haupt. Ich weiß gar nicht ganz, was ich machen soll. Ich wollte gar nicht angreifen, WTF. Ach so. Okay, okay. Ne, nein. Mein Invis ist weggegangen. Ich habe ausfällig angegriffen. Nein, 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 nein. Nice. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt können wir eigentlich auch direkt den nächsten holen. Ist nicht so einquesteln. Ich mach hier genau. Ja, saustark. Sehr schön. Ich sag irgendwie echt seit Neuestem immer gerne saustark. Keine Ahnung, wie ich das hier hab. Mit dem ganzen Meister-Pulse, wo ich nicht reden konnte. Das war das Einzige, was ich geredet hab. Das kenne ich von Trimax. Echt? Ich hab jetzt tatsächlich nicht so geschaut. Oder Chat? Ich sag doch Trimax immer, oder? Sau stark. Ich glaube schon. Also vom Kopf her, ich schau eigentlich gar kein YouTube mehr. Oh, hier den. Den Duck. Ja, ja, ja. Boah, das ist so geil. Der kann auch seine Ulti da nicht setzen. Das ist ja übel. Oh, guck mal. Du musst doch mir noch helfen, Bro. Der kann doch seine Ulti setzen. Hä? Ja, ganz. Fick. Also ja doch, hat er noch hinbekommen. Also Stumble. Ach, lol. Ja, okay. Pass auf, da ist ein Bastard drin. Da ist ein Bastard drin. Genau da. Ja. Schon ein Gadget warten, schätze ich mal. Ja, das hast du wieder sehr gut gemacht. Jetzt hättest du zum Beispiel Ult machen können und dann Dings. Ja, aber ist im Endeffekt egal. Wie nochmal? Wann nochmal? Ultieren wir nicht? Boah, das war geil. Also jetzt, als ich gerade auf den Bastard aufgesprungen bin, hättest du Ult und dann Auto-Attack machen können einfach. Wieso? Machst du mehr Damage und hast Ulti. Direkt wieder. Und wann keine Ulti einsetzen? Nicht ganz verstanden. Wenn die Gegner One-Shot von deiner Bombe sind. Oh, oh. Oh, hier, komm, komm. Nein! Die fliegen einfach los, Mann. Was ist das denn? Das kann ich sagen. Oh, der Kid kann sogar werfen, während die fliegt. Echt? Ja! Der hat auf jeden Fall Sinn. Der droppt dann so auf den Boden. Alter, ist das krass. Das ist ja richtig krass. Das ist ja einfach schon Hubschrauber-Taktik. Hat leider keinen getroffen. Und das geht unsichtbar. Hier, komm. Das musste ich ja gar nicht. Das ist ja übel krass, oder? Eigentlich als Taktik. Das gefällt mir irgendwie. Ja, ja. Das ist einfach Hubschrauber-Taktik. Und dann werfen die da die Kid-Angriffe runter. Oh, das ist sehr gut. Du kannst drei Kisten nehmen. Ich hole eine links, hol's die anderen drei. Jetzt kommt da so ein dreckiger Crow. Kommt mit den Cube. Und Ulti werfen zusammen. Und den hier auch noch. Nice, saustark. Ich sag's die ganze Zeit, ne? Das ist jetzt irgendwie ne Angewohnheit. Das hab ich mir bei Meister-Push angewöhnt. Weil ich die ganze Zeit nicht reden konnte. Hab ich immer nur saustark gesagt. Oh. Oh. Das war ne taktische Ult. Um zu Cyclen. Ja, das wegen meinem Gerät. Leider. Kannst du sneaken? Was ist da nicht denn jetzt? Schlecht. An! Junge, was macht der denn da unten die ganze Zeit? Ah, ne. Man muss eigentlich teilweise schon ein bisschen geduldig mit Dynamics sein. Einfach warten, oder? Ja, absolut. Absolut. Ja, da ist dann was. Oh, oh. Ja, ich wollte grad sagen. Komm mal raus hier. Ich sag hier ne Ultram. Ach, da war leider nicht schade. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, sehr schön. Ich bin rechts im Busch. Bleib du oben, bleib du oben. Ja, okay. Nice. Sehr, sehr stark. Ist wieder saustark gesagt. Perfekt. Kann ich da eigentlich draus springen, wenn du noch Dings hast? Ne, okay. Einmal ausprobieren. Interessant, dass es auch so Sachen gibt, die man nicht weiß, ne? Ja, ja. Geil. Ich lerne auch noch. Ja, genau. Tank mich ein. Nice, hab ihn Stunt, hab ihn Stunt. Nice. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Top. Ich hab nen Jump, also. Mach ich mal kurz das Ding raus. Ich spring gleich irgendwo rein. Ja, okay. Ich bin da, der Hitz ist. Ja, hielt ich erst. Immer erst Healen. Gib dann auch immer kurze Calls, sag dann zum Beispiel immer, kann nicht oder so. Sag einfach ganz kurz. Das ist ungewohnt. Ja, ich probier's. Ja, weil mein Gehirn registriert das sonst nicht. Ja, okay. Also, ich kann mich nicht konzentrieren und drehen gleichzeitig. Ich hab da irgendwie ne Schwäche oder so, keine Ahnung. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist normal, ne? Ist eigentlich easy kill, oder? Oder willst du die Eve lieber? Ja, die Eve. Und hau drauf. Oh, jetzt hab ich dich fast mit der Ulti gekillt wieder, ne? Oh je, egal. Völlig in Ordnung. Das war gut. Das war völlig in Ordnung, Bro. Das war perfekt. Musste ja. Musste ja, ne? Ich musste beide killen. Sehr schöne Runde, Bruder. Gleich 500. Das Ding ist, du kannst mich sowieso nicht killen. Und später werden wir auch keinen Willow mehr facen. Oh, oh, oh. Oh. Ich gehe weg. Oh, der kann sich auch nicht. Ich gehe ganz... Was hast du da unten gemacht? Also, musstest du... Hast du killst du geöffnet? 3 Cubes hab ich gefunden hier unten. Ja, okay, gut. Dann... Dann war's wieder zu greedy von mir. Ja, war saukrass. Ich hab jetzt auch 6 Cubes, deswegen. Ja. Stark, stark, stark. Ja, kriegen wir noch raus, kriegen wir noch raus. Ja. Oh, sehr schön. Denn da... Oh, meine Batterie, meine Batteriemeldung. Alles gut, glaub dich. Nice, danke. Musste ich vielleicht erinnern, direkt vergessen reinzustecken. Hier den noch? Ja. Ja, gut. Kann ich auch alleine. Sehr, sehr gut, okay. Boah. Ich spring gleich in den Duck rein. Mhm. Aber da respawne gleich einer. Ey! Was ist das denn? Oh, nein, oh nein, oh nein. Ja, geil. Oh, ein Game für 500 jetzt. Das ist entscheidende. Echt? Ist immer schon nur 500? Ja, ja, ist gut. Guck mal, eine Stunde zwanzig jetzt. Gut, fairerweise die ersten zwei... Wir haben zweimal verloren. Ist so... Ist so... Ja, und das auch am Anfang. Das kann man kaum mitzählen. Das waren, glaub ich, auch nur die Games, wo wir nicht Kid gespielt haben, oder? Ja, 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 ja. Jetzt gewinnen wir richtig gut. Ich lass dir die Kiste. Geh du direkt in die Mitte, genau. Ja, ich hab richtig, ja. Wenn ich am Rand dort mache. Ich mach wieder diesen Stun-Trick. Ich lass den Bion. Ja, ich kann den Stun-Trick, oder? Doch, ich kann weghalten. Ach, du Scheiße. Ja, bin ja da. Uff. Ja, halt dich direkt bereit. Ja. Ja. Ja, oben ist einer. Pass auf, Decker. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, okay. So, hier. Hau den weg. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Ey, das war so... Bist du lang gebraucht? Ja, ein bisschen. Hm. Hat dafür jetzt gecallt, aber... Ey, der ist denn der... Ich bin da, ich bin da. Alles gut. Ah. Ach, Scheiße. Ich hätt weglaufen wollen. Ich dachte, du stehst ja noch im Busch. Nee, weiß nicht. Ah, dann hätt ich auch weglaufen können. Mist. 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 Aber nice. Halt's dann bereit. Also nicht drücken, nur... Ja. Dazu. Habe ich direkt. War das halt in Sekunde zu spätchen. Genau. Also niemals dann so drücken, wenn man das sieht. Ja, ja. Ich hab mir schon gedacht. Ich dachte, du meinst das. So, hier oben. Mach dich bereit. Alles drauf. Sehr gut. Okay. Ich komm jetzt auch besser rein mit Dynamike langsam. Ach Junge, was wird das denn jetzt? Taktor Oli. Taktor Oli. Oh Mann. Deine Mike Bogdahl, täglich. Direkt in Vis. Mhm. Kommen wir da so von oben. Okay. Hey, wo sind die denn hin? Ach da. Schön. Ich hab grad in meinem Outer-Attack angetäuscht. Und der ist vorher gesprungen. Wie lustig. Das sind die neuen Tricks hier. Okay. Was machen wir jetzt? Warten. Oh, gut. Da müssen wir jetzt einen 8 Kriubs holen. Wir können gewinnen. Schön. Ja, ist links noch. Ist noch. Ja, okay. Ach Junge, jetzt liegt die wieder. Aber das war... Ich hab das vorhin übel gefühlt, als die zusammen geflogen sind. Ich hab beide gekillt. Hab ich gar nicht gewollt. Nice. Let's go. Dieser Schaden bockt richtig. Okay, ich glaub wir haben 500. 9 zu 0 die Runde. Das war mal schön. 500. Aber ich bin mal gespannt, wie ich... wie ich oben performen werde. Dann könnt ihr das rechte Team eigentlich fehlen. Ja. Schön. Nice. Nicht schießen, nicht schießen. Oh, wieso nicht schießen? Alles gut. Da hätt ich mal eine Ult direkt cyclen können. Weil der wäre so oder so teilweise... Ja, okay. Also ich bin teilweise auch unsicher, ob ich die Ult vercyclen soll oder halt nicht, ne. Bleib ruhig. Bei sowas ruhig bleiben, Bro. Da bist du viel zu hibbelig. Unbedingt ruhiger bleiben, da. Ja. Da war schon besser. Ja. Ich versuch ruhiger zu bleiben, das ist echt schwierig. Ja. In die Momenten, ey. Ja. Hier. Bereit. So, einer schon mal down. Ja, gut. Ja, keine Chance. Ist okay. Wenn mal Kit gekillt wäre besser gewesen. Ja, ja, ja. Oh, pass. Zweiter Platz. 28er Streak ist gut. Auf welchen Skin freust du dich am meisten vom Update? Also jetzt von den Neuen, die noch rauskommen. Fendoria Buzz. Ja, ich auch. Pack Spike. Schade, dass Spike aktuell nicht so stark in der Meta ist. Alter, der Skin ist heftig geil, aber damit kann man nicht so geiles Solo-Showdown-Gameplay und so machen. Ja, ja. Ja. Oh, ich komm. Ich komm. Ich komm. Ja. Spät. Ja, jetzt haben wir eh schon die ganze Lobby rausgenommen. Sehr schön. Oder du eher. Dich. Oben war ne Bonnie. Oben links. Ich hab auch nur abgestaubt. Ja, so gesehen. Wir beide abgestaubt. Ich weiß nicht, was da ist. Ich will da nicht reinspringen. Bonnie und weiß nicht. Weißdorf. Das war's. Ja, kann eigentlich nichts passieren. Was soll passieren, ne? Mit 13 Cubes. Ich war halt hinten dran. Genau. Ist schon viel passiert. Was ist das denn jetzt hier? Das meine ich halt wieder. Weißt du? Was ist denn das? Ja. Ich bin ein bisschen zu rein als deine Mike hier wahrscheinlich, ne? Das denkst du was? Hier, komm, 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 komm. Den kannst du killen. Ja, wenn ich gut getroffen hätte, hätte ich den killen können. Hättest du Stun drücken sollen, ne? Also hättest du Stun versuchen sollen. Ja, 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 ja. Ich hab aber ein bisschen. Da muss ich teilweise noch schneller schalten einfach. Das ist nicht so gut. Ja, ich bin auch komisch. Hier, komm. Ach, ich hab keine ulti. Oh! Ja, okay, das. Der Rico ist ja wirklich schlecht. Aber gut, 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 gut. Sehr gut gemacht. Ja, der war schon schlecht, hab ich mir auch gedacht. Kann ich gar nichts sagen. Ich bin selber schlecht. Ich bring auf den Dynamike. Also. Sehr schön. Nice. Hast du lieber mit Stun im Busch wart, meintest du ja, ne? Zeig mal. Ach, los. Ich darf kein Auto-Hand drücken oder sowas natürlich. Genau. Oh, schön das dann. Ja, ich krieg nicht mehr. Doch. Doch. Überwastet. Nice. Sehr schön. Ah. Ich dachte, komm schon. Ja, ich dachte eigentlich der Hitl. Das sah aber gut aus, oder? Ja, das sah eigentlich wie ein Hitl. Das war sehr los gerade. Ja. Ja. Teilweise darf ich da nicht so ein bisschen. Oh, no. Was hier, ne? Der Bali posht mich mal. Oh. Kommt jetzt nicht raus. Oh. Ah, ich wusste nicht, was der machen soll. Ja, ist, ist fine. Ich hab jetzt so viel Q. Ja, ja, ja. Oh, kurzer Lag bei mir. Kurzer Lag. Das geht wieder. Ab ihn. Die anderen, sehr gut. Achso. Wir leben da noch. Ab Angelou nicht. Nice. Let's go. Aber jetzt läuft's doch super gut. Hä, guck mal. Was haben wir für ne Streak? Was haben wir verloren überhaupt? Ganz am Anfang glaube ich nur. Guck mal, wir haben jetzt ne Streak von 31. Geil, Mann. Der hat auf mich gecampt im Busch. Pass auf. Der ist da. Wir kommen von hinten. War klar, dass er es macht. Das war nicht so gut, fand ich jetzt. Nice. Session, Session, Session. Das war ein sehr guter Stand. Danke. Ich zeig halt mehr, wie ich den setzen muss. Ja. Ich zeig halt mehr, wenn ich nicht sichtbar bin. Und die halt nicht damit rechnen. Ja. Wobei, ich hätte eigentlich schon mit rechnen können. Aber ja. Mach dich hier oben links bereit. Ja. Springer. Okay, das ist gut. Ja, okay. Jetzt war noch was tot. Ich hab das ganze Ärger aus der Runde wieder. Nice and same. Ich geh ein bisschen zu sehr weg. Lauf ein bisschen weg. Lauf ein bisschen weg. Lauf ein bisschen weg. Lauf nach oben oder so. Oder nach unten. Denk mal nach unten. Dann kommen die eher dann in deine Richtung vielleicht. Ne, irgendwie nicht. Ja, ich mach hier oben nen Doppelkill. Joa, das passt. Ist halt krass, wenn du erstmal ein paar Cubes. Das ist halt easy, ne? Ja, das stimmt. Okay. Also ich kann die gut wegdrängen hier. Ich bin hier ganz unten. Okay, habt ihr nen Anolo? Ja, schön. Ah, jetzt ist halt krass, jetzt ist halt krass. Die M war man. Genau, wenn du weißt, dass ich die 100% killen kann und dass keine Eile besteht, dann nicht drauf schießen, weil dann ist besser, wenn ich meinen Ult direkt wieder habe. Jetzt verstehe ich's. Okay, ja, ja, ja. Okay, deine Ult immer wichtiger. Jetzt zum Beispiel hier war ein Fehler, ne? Drauf zu schießen. Genau, genau. Nice. Okay, mach ich dann. Zuruf nicht mehr. So. Ah. Laufen. Boah. Als Absicht? Boah. Ne, ich wollte gucken, ob Auto-Aim auf den Gegner jumpt, aber... Ah, achso. Let's go. Aber ich wollte vergessen, dass ich auch auf dich springen kann. Jaja, ich war auch schon verwirrt, ob das vielleicht auch ne Option wäre, aber ich denke eher nicht, oder? Meistens, oder? Ne, weil du bist ja ein Werfer. Stimmt. Achso, ich bin ja los. Höchstens, wenn du wegkommst. Also wenn du halt irgendwie grad safe stehst und ich nicht, dann... Ja. Dann wird schon Sinn machen. Ja, der weiß, dass ich den Stun hab ich nicht, dass das... Ne, irgendwie nicht. Irgendwie checkt er das nicht. Nö. Hab ich nicht so gecheckt. Was? Oh mein Gott. 160 AP, Mann. Ich hasse es. Ja, Bro, das muss... Das muss 100% ein Kill sein, auf jeden Fall. Kann sein... Ja, gut Job. Maaaannn. Da musst du... Lieber einen Schuss mehr als zu wenig. Immer. Ne, ne, ging nicht. Der war zu weit weg. Ich bin schon ran gelaufen, der ist nicht weg gelaufen. Der war ein bisschen weit weg von mir. Äh? Wirklich. Also, denke ich jetzt. Weiß es nicht. Cool. Der Chat würde ich mal sagen, ob ich nicht kill. Können den Otis killen? Ja, sau stark. Ah, ich dachte, ich fick ihn vielleicht zu. Oh, der Hypercharge, Mann. Das war so knapp. Ja. Egal, sind die abgestoppt. Egal. Sehr schön. Da drücken... Was ist dann? Guter Ult. Guter Finish. Nice. Nein, ganz istgert nicht. Sehr schön. Ja, sehr gute Runde von dir. Danke. Ja, der eine, der zwei... Hätte ich den killen können, Chat? 100% den Crow. Oh, okay gut. Hier, Grom, Grom, Grom. Roty hoch. Alles gut, alles gut Hätte ich kriegen müssen, ich habe eigentlich direkt drauf geschossen, ich weiß nicht, bist du das falsch gemacht? Also das heißt müssen, also ich habe ja eigentlich früh genug gesagt, dass ich draufjumpe, also ich habe ja gecallt, dass ich draufjumpe Ah, ich habe eigentlich einen Auto-Aim in die falsche Richtung gegeben, das fällt mir auf, naja, das war das Problem, also ich als Auto-Aim an sich richtig, aber in der Situation hat er leider auf die falsche Auto-Aim Ja gut, also ich meine, Auto-Aim musst du nicht unbedingt, ich meine, es ist ja nicht schwer einen stehenden Gegner zu hinten an sich, den kannst du liegen lassen Ja, links ist noch einer, ich mache mal zwei Hits drauf, ganz links, wenn du noch ganz links hast, ist noch einer für dich Ja Ja egal, das ist ja jetzt nicht, hauptsächlich Streak besteht vor allem, hätte ich auch schief gehen können, das wäre echt unlucky gewesen sonst Also noch einer, ich hole mir noch einen Ah ja Zweiter für mich, bitte Okay, Max, Tara in der Mütze habe ich gesehen Okay Ja Max raus Schön Ich werde mich angreifen, weil der Brawler verpackt ist, egal, habe Beile Willow Hupo komm Okay, was wollte Willow da, genau Braut sie nicht? Ja Ah, ich vergesse es immer, ja Habe Beile ist Willow, also an sich, ja, ist schon okay, ist schon Oh, aua Ah, wir haben ein bisschen losten, irgendwie Ne, war gut, war es getroffen Wenn es gewollt gewesen wäre, wäre es krass gewesen, sag ich wie es ist Was denn? Ja, wenn du expected hättest, dass ich auf den Drawer springe und in dem Timing noch die Ult wirst Also das, was du gemacht hast, war im Endeffekt krass, nur die Frage, ob du es gewollt Ja, es war schon gewollt, naja Ja, dann war es sehr krass War das krass? Ich habe einfach nur die Ult drauf geworfen, oder? Hast du damit gerechnet, dass ich auf den springe, oder nicht? Ja, ja, ja Ja, dann war es krass Ah, geht Du hast schon ziemlich lost, wenn du das für Ult ausgewählt, ja Ja, doch, das ist krass, also, ne, wirklich, das ist gut, das ist sehr gut Ah, okay, dann war es krass Komm, komm Schön Geil Geil Richtig gut Ey Das ist wehgetan, dass die da rausgeholtet ist, man Hier schon gerochen Was man noch sieht Nicolette Sehr schön Sehr schön Ah, nicht getroffen Ah, die können wir gut fighten lassen, hier Ich kann die beide killen, muss nicht hinlaufen Okay Dorfen die weg Ja, mach ich Ein bisschen spät Ja, ja, jetzt kannst du kaum ein bisschen im Endeffekt die Egeron Oder so ein Slowfield von Squeak Session Schlecht das dann Nice A One-Hit Let's go One-Hit noch Jetzt fliegt die eh los, ich weiß es doch, wie es ist Oder auch nicht Ah, da fliegt sie los, war klar, dass jetzt los fliegen würde Nein Ach Das ist los, egal Kriegst du Nein, Mann Das kann nicht sein Die Bulette noch Ja, äh Ja, die kann eigentlich eh nichts machen Das Junge, du hast 17.000 Leben noch gehabt Du hast umgerechnet 42, ne Ach, 800 waren Oh, schau's Das ist krank, ne 600 zum ersten Mal Ich werd mit Stun wieder, oder hast du euch die Kisten Oben, oben, oben Doppel Nein, leider keinen getroffen, die sind auseinander gelaufen Schön, Bro So ein bisschen aufpassen jetzt hier Ja, mach das Ich werd mies zurückgedrängt Ich hab's überlebt, ich werd sonst echt gestorben, haben ein Vieh auf mir Musstaback Drei Ich komm über rechts Ja, ich komm wieder Ja, passt doch, ist sehr schön Hm Ja, sehr gut von dir Sehr schön Genau, und den hättest du auch auflassen können Ja, vergesse ich immer Musst mich aber immer drauf hinweisen, genau Was ist noch da? Kriegst du Ja, das ist es halt Sehr schön Kannst du auch auflassen Aber im Endeffekt Wieder vergessen, ja, ja, ja Da muss ich noch dran denken Ein Crow Sehr schön Nice Läuft 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 sehr gut Ja, wie warme Butter Puh, 4 0 5 0 Puh, 4 0 5 0 Das ist noch 24 Oh, 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 das war knapp Ja Für mich zumindest Ist dann niemals Ist dann niemals, wenn du nur einen Schuss hast, ne? Ah Ah, ja, okay, danke Stecken Ach man War echt zu spät, leider eine Sekunde Ist glaube ich auch unsichtbar Ach ne, Junge Ja, das ist der Anderke Nicht einsam bin, nicht einsam bin, nicht einsam bin Ja Bleib im Busch, du bist nicht im Busch Ja, ja, ja Schon wieder, Mann Das ist wirklich, also Da muss es nicht Also es ist gut, dass vorne einmal passiert Hier, komm Ja Versuch den so eher genau Ah, jetzt, äh, doch Äh, bringen müssen Ja, ich dachte, ich läufe ich in die andere Richtung Dass der dann überrascht Weißt du, dass der dann mehr in meine Richtung gelaufen wäre Ja War doch ein bisschen zu weit weg dadurch Ja Ja Ja, ich dachte vielleicht Ah, ich glaube, so dumm sind die nicht mehr auf 600 Nee, irgendwie nicht mehr Ah Wird ja sein können So auf Grey Gadget Ach, wir sind schon Top 2, sehe ich glaube Ja Ja Ich hab noch ein Dings Ich geh auf den Call gleich drauf, ne Lauf nach oben Alles gut, ich hab den Schön, schön, schön Ja, hast du, hast du Nice, auch schön abgewartet mit dem Jump, wegen dem Teleport Ja Safe Puh Das ist 368, sehr gut Ey, komm, wir gehen Richtung 700 schon Ich bin mal gespannt Was denkst du, wann verlieren wir jetzt? Ich denke, auf 860 verlieren wir das erste Mal Ja Ja, das war schon sehr krass Ich werde Mal schauen, wir probieren's Ob wir bis 68 alles jetzt gewinnen noch Das war schon sehr gut Glaubst du wirklich? Hm, ja, ich denk schon Das war sehr gut Das war sehr gut Wenn uns können Wenn nicht dumm sterben oder so Ja Nicht, nicht zu mir laufen Naja, klar, ich hätte den King können Das ist zu spät, sorry Hab nicht ganz gecheckt, dass du meinst Ja, manchmal wenn ich Invis bin, musst du Ich weiß, was du meinst, ich hab die abgeschreckt, genau Sorry Genau, dann laufen die weg Zu spät Ich weiß nicht, ich muss dann immer eigentlich weglaufen eher, ne? Ja, okay, GG Nein, das ist ein Streak Haben wir grad auch drüber geredet, Mann Genau, in dem Moment kommt der Fang Schade Egal, haben wir keinen Druck mehr Ja, grad noch gesagt, Mann Egal, wir schaffen jetzt bis Komm, lass sagen Mindestens mal bis 750 flawless jetzt, komm Ich denk wir schaffen auch bis 860 jetzt wieder flawless Ja, dann machen wir jetzt bis 860, glaub das So Neues Ziel Lass da liegen Ich hätt liegen lassen sollen Ja, ich denk schon Ah, ist zu spät, das Oh Na, gerade keinen bis da Ach komm, das war so knapp Nicht aufpassen Oh je Boah, das kommt ja auch von allen Seiten Ja, einmal draus, schön Ach komm, soll ich aufpassen Uuh Alter Pass auf den Fang auf Der kann ja nix machen, bleibt da einfach sinnvoll stehen Das war ein richtig geiler Stun, let's go Ja Sie hat ja eine nicht getroffen, ich hab's nicht vercheckt Was hab ich gemacht? Weiß ich auch nicht, hast wahrscheinlich nochmal geaimt Hätt ich Auto aimen müssen Eigentlich schon, ja, egal Dann hab ich so einen schönen Stun hab ich dann sowas Na ja, das ist echt schade Das hat uns zurück ins Game gebracht Ja, wir sind immer noch dabei Joah, als ob ich auf dich gesprungen bin, dann schau auf den Fang Ach ja, Scam Ja, bleib einfach hinter der Wand und lass ihn nicht einsammeln Ja, wobei da kommt Oh, den ist Ja Wir lassen uns irgendwie die Cubes gerade Gar nicht Das ist eh Keine Ahnung wie wenn diese Cubes kommen, aber Nehmen wir mit Ja, ich check's auch grad nicht wie wenn die Cubes dran gekommen sind, aber egal Ja Okay, der ist nicht bei die Elias Ult Ich bräuchte wieder in den Bursch Wird weg Ja, wer weiß eh was, wo der drum ist, aber Ach komm Ja, okay, dann sind wir down Shit Ich hab das nicht gesehen, hast du den Fan gesehen? Äh, ne Ich wusste nur, dass er unten ist, aber ich hab ihn jetzt nicht konkret gesehen Müssen wir uns jetzt mal fokussieren Wir spielen echt schlecht Also wir treffen echt schlechte Entscheidungen Aber komm, bisher haben wir jetzt über ne Stunde nur gewonnen Das kann schon mal passieren Ja, das stimmt Es ist lieber zwei lossesten Folge, als es irgendwie abwechselnd Weil wir sind halt echt am Stück einfach Hier unten, hier unten, geh rein Ich hab den Tube noch genommen, ja Ich hab Spike Ich hab nen Griff hier oben Okay, gut Passt Ja, das ist gut, wurde gesaved Beide Kills gemacht, besser geht's nicht Nice Ja, genau das meine ich halt Mit solchen Starts Gehen wir das halt Ich warte Bis dann nicht zu sehr zurückträngen, deswegen Das ist okay Ja, das ist glaube ich besser, wenn ich ein bisschen auf Abstand sogar bleibe Sonst dräng ich die, glaube ich, weg Wenn ich invis bin, ist safe, ja Kappe Oh, das war ein Jean Paul, den ich noch gedocht hab nebenbei Ach krass Jetzt wär ich gerade gut Sehr schön Da kann ich auch eigentlich wohl rein Ja, genau so, genau so Die letzte Runde einfach Die letzten zwei waren nicht so gut Geht doch Ja, das war jetzt sehr gut Das einzige, was wir noch hätte besser machen können Wäre wahrscheinlich, dass man Ja Ein bisschen mehr zusammensteht, aber ansonsten War es eigentlich perfekt Ja, stimmt Da waren wir halt Dadurch, dass wir so viele Cubes hatten Ja, da ist man ein bisschen unabhängiger, das stimmt Ja, die wissen, dass du da bist Oha Oha Das war gut Da hast du Mit einem Katzenschlag raus Ja Ja, schöne Runde 3 und 6-0 Ja, das hat lost Da war ich zu offensiv Und die Piper noch Ah, da war ich zu greedy Ah, schön, schön, schön Oh nein, oh nein, oh nein Alles Ja, zu offensiv von mir halt, ne Mh Ja, würde ich schon sagen, ja Ja, doch Kannst du mich ein bisschen aggressiver Ed spielen, in meine Richtung Ja, ich hätte gerade einen Stun gedrückt Die ist genau in der Sekunde losgeflogen Ich hätte einen Stun nicht erahnt Sie hat mich nicht gesehen eigentlich Also anders Ja, jetzt und ich Alles gut Tschö Hm Was hat die da vor? So Ne, schlecht Ah, die sieht so komisch aus Oben rechts ist ein Team Auf jeden Fall Und oben links Oben rechts und oben Oder unten links kann auch sein Kommst du mal hier hoch einmal? Ja, ich komm zu dir, komm Hast du überhaupt safe jetzt? Komm hier unten in den Muschlauf Über unten Ja, ja Jetzt haben sie sich glaube ich gesehen Ja, safe mit mir Diesmal da rein einfach Dreimal, dreimal da oben rechts rein Ja, nächstes Mal richtig dreimal, wie du es gesagt hast Man, nur deswegen sind die Zweiter geworden Kann sich natürlich in etwa freuen, ne? Ja, das stimmt Wo sind die? Da ist keiner, da ist ein Rico Ich sehe ansonsten auch nichts Da eitst du auch wieder schneller? Das wäre gut gewesen Ja, ich weiß, ich weiß Was ich hab Also schon im Fliegen müsste theoretisch der erste Auto-Attack kommen Ja, okay Ja, ich bin ein bisschen zu gemächlich, hab ich das Gefühl Ja, aber das heißt im Fliegen Wollen wir nicht übertreiben Also zumindest wenn ich auf dem drauf bin Dann muss schon der erste Auto-Attack kommen Bring mal hier drauf Genau, da hättest du auch theoretisch lassen können Aber ist auch wenig weiter tragisch Ja, wollte ich mich jetzt beeilen, dass ich mal direkt diesen Ja, okay Ach, kaum Gestunt Oh, das war ein sehr wichtiger Stun Alles gut Ja, aber ich bin leider noch gestorben dabei Das war es dann irgendwie doch wieder nicht Ja, aber jetzt haben wir trotzdem gewonnen Von denen hier killen Wird schwieriger schon, ne? Ich merk's Krass eigentlich Naja Jetzt ein bisschen anspruchsvoller Stell dich hier schon mal hin Genau da Ich geh schon mal invis Alles Ja, passt Ja, passt Ja, passt Ja, passt Ja Meistens sehr gut Aber 13 ist halt komplett over Du schaust dich auch ein bisschen klar geben, Alter Ja, ja Ja, ja Man merkt, dass du ein bisschen nervös bist, finde ich Also Ich glaube, du hast ein bisschen Nervosität gerade Echt? Nervosität Ich finde das einfach nur schlecht Ne, das glaube ich nicht Also ich glaube, du kannst Deutlich mehr als wie du letzte Runde gemacht hast Also denke ich persönlich Komm, dann zeig ich das jetzt direkt Okay, oh, da sind sehr viele Kisten Das direkt Ich save noch eine links für uns Ja, ja Die hole ich dann auch direkt Dann haben wir vier Stück Ja, besser geht's nicht Sehr gut Richtig War da jemand? Falls nicht, hätte ich die auch einsammeln können Nee Achso Hier ist noch einen, ich lass ihn dir Den kriegst du, noch einer bei mir Wenn du kommst Ja, okay, okay Bin auf dem Weg Wo ist jemand? Hier, nur hier Komm, komm, komm Ja, sehr gut Und da auch direkt schneller der Auto-Attack Ja, ja Also dann Der erste Schuss war gut Der zweite dann direkt Auto-Aim Direkt hinterher Ja Ich dachte, wir werden schon taunen deswegen Bei den Scanhandeln auch gleich Ach, wir können das auf dem Man-Account switchen Stimmt dann 86, ich muss euch schauen Okay, die holen wir Ist die easy kill Ich spring auf den Dynamike Ja, passt ja Ja, ich konnte nicht schiefen Leider 10k Damage ist geil 10k Damage ist geil Oh, der ist auch in Dynamike Ich kann den checken Nice, sehr schön Sehr, sehr schön Ich schock aber, wie hoch ich bin 668 Next Zone-Account, dann gehe ich auf den Man-Account Auf viele Kisten damit, hast du gesehen? Äh, ja, dann direkt in der Mitte routieren würde ich sagen Okay Wir haben hier, glaube ich, sowieso nichts Eine Kiste nur, ja Was wird denn? Was wird denn? Okay, das ist auch Tara hier Sehr stark, bro Nice Sehr stark, bro Sammel einen ein Ah, ich wollte Ich wollte Dass ich mal stanken Oh Top, oh Ich probiere es Aber ganz ehrlich, die Mitter haben wir gut aufgeräumt Ich finde die Kisten Ah, die musst du ja aufsammeln Ich lasse die Äh, ja Ja Ja, besser geht es doch nicht Super Start Also, da unten wären jetzt Gegner gewesen, dann hättest du die natürlich eingesammelt Ja, ja, ja Klar Logisch, klar Logisch Dass die nicht liegen Der cold, man Okay Ich, äh Bring mal hoch die Piper Ja, ich geh weg, dass die nicht so Angst haben Aber ich kill die so Oh je Jetzt ist ein bisschen eklig gerade Das Grunde Auch gecheckt Die sind doch so ein bisschen geahnt Die wären schon besser hier Die hast du, die hast du, die hast du, Bro Ja, bisschen früher noch Ich wusste nicht genau, wo sie landen Ich hab's nicht genau gecheckt Okay Wenn ich zu viel sage oder so, sag Bescheid Nein, nein, ich will immer alles hören Ja, okay, gut Pass Ich will ja auch besser werden Nice, let's go Okay, schau, ich glaub ich bin genau auf der Höhe jetzt für den Main-Account sogar Ja, genau, es ist okay, dann wächst ich Main-Account Ja, ich werd übel gepusht jetzt Ähm Äh, ich komme Hab's gewonnen Nice Richtig Maschine, Junge Ja, der hat sich zu einmal starten lassen Nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal Ich hab's vergessen Genau, und jetzt rotier du mal nach rechts In dem Busch Also nach rechts Ne, ne, also schon, schon Ja, okay Also kannst schon hier rüber Genau Und dann rechts im Busch Genau Ey, jetzt gehen sie zu geil aus Ne, nach rechts Ah Ja Ah Oh nein Hä Ich wollt schon sagen Ich bin den Busch ja gar nicht ausgecheckt Ja, ich hab den Busch ja gar nicht gecheckt, dass er einer drin war Holy Hm Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Ja Du bist Rektor Ja, ja, ja Geh nach unten Kannst du mitkommen Bekundig, hab ihn Hat gar nicht gestunnt Perfekt Hab ihn bekommen Sehr schön Ich glaub immer in die falsche Richtung Ich sag immer du greifst dort an Ne, dann gehst du wieder an der anderen Oh je Oh Ja Ach komm Ich hab grad hypercharge ulti jetzt Oh, oh, sehr gut Sagst du nur das Fernsehen, die er sagt, oh, oh, find ich gut Ja, muss ja immer Fokus sein Oh, das war ein Killseeker Wollte ich gar nicht Oh nein Nice Sieht auch nice aus, wenn du diese Bombe reinfliegt und dann alles aufploppt Geil Boah, 4-1 Okay, ein Game für 700 Oh, jetzt war ich schon wirklich ordentlich Ach Oh, das war ja bad Das darf natürlich nicht passieren Okay, das war aber auch bad von denen jetzt Ja, die sind am besten Ja, wobei, ja, ganz kurz warten Aber auch ganz gutes Movement Puh Sehr stark Was, 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 was Loll Komm her dann her, Digga Ja, fast gestunnt, aber nur fast Schade Junge Oh, oh, da ist der Oya Boah, Digga Achso, ja, muss ich verkaufen Ja, 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 logisch, logisch, alles gut Oh, sehr gut Nice Ah, noch nicht, hab zwei Nice Ja, Junge, du wohnst uns nicht erfasst, was ist das denn? Oh, der Pro Das war carry Sau stark mal wieder Sau stark mal wieder Das war 0-2 Schlechtes Runde heute Aber das war, glaub ich, einer der ganz wenigen Runden, wo ich mal negative Sets hatte Ich weiß noch nicht, ob das Vorkopf der Höhe Okay Zieh mal ein Trophäen zum ersten Mal Stark Oh, Fui Win Achso Nimmt man mit Oh, Mortis, 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 was wird der jetzt? Was wird das denn jetzt, ey? Ist das down gegangen? Ist das, hä? Ist das auch ein Fui? Was macht denn die denn da? Oh Äh, alles gut Ähm, war im Endeffekt my bad Aber wär auch gut gewesen, hättest du zumindest den Dynamite gekillt Ja, 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 ja Ich, weiß Ich musste halt springen, weil der hatte einen Stun Hä? Was macht der denn da, hä? Down Die sind komisch in der Runde, oder die Leute? Ja, die spinnen sich alle, die kennen mich wahrscheinlich im TikTok oder so Ey, ich würde auf den Surge springen, dann kannst du den killen Oh, das kommt Ah 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 Ah, okay, ist auch gut Ja, shit, Alter, die Runde war gar nicht gut Das war sehr gut Das war sehr gut Drop, Bro Hast du die Cubes auch noch? Bring auf den Pro Ja, sehr schön, sehr schön Pass auf, Leon Invest, Leon Invest Oh, danke Ja, hab ich egal, Kaul Danke Ja Puh Boah Oben ist noch ein Recon, wo ist ich oben jetzt? Komm hier, komm hier, komm hier Ja, jetzt ist es sehr gut Erstmal ist er noch drin? Ja, wär cool gewesen Man muss aber mal probieren Vielleicht jump Ja Ja Rechts auf den Tick Gut Mach dich ready Low 4, low 4, low 4 Ja Vielleicht noch mal auf irgendwas Ah, passt Oh, der Kopf ist noch gestorben, wichtig Ich glaube, irgendwie spielen die komisch Ich glaube, es sind echt einige Wahrscheinlich eh Zuschauer teilweise Ja, ja Das ist sehr komisch, wie die spielen Müsste nicht mal Zuschauer sein Kann auch einfach sein, dass sie Von Tick Tock Oder vielleicht auch dich Kann ja auch ganz auf du sein Nee, ich denke eher Ich nicht Weiß nicht Aber ich bin ja Glaub ich eher bekannt für so Schaus Ja, ja, ja Du bist zwar im Alpen keinem Das ist ja größere Reichweite auch Mit Tick Tock Ja Hab ihn Ach man Oh, auf 1000 Seiten Schön 1816 Cubes Ja, aber eine wichtige Runde Okay 10-0 war die Runde von mir Hä? Ich hab ja gar nicht mitbekommen Ich geh nämlich direkt mit Mit Stun Der ist irgendwie keiner Jetzt kommt da ein Mikro Hab ihn Hm, da ist noch ein Mortis Ich muss jetzt raus Ich kann ja nichts mehr, oder? Ich muss raus Ich hol hier noch ein Stu Ja, ich musste weg Denn Mortis ist dann doch zu eklig Das ist safe Kommst du mir? Ja, zu spät Lost Oh, oh 10 Cubes Oh, oh Ich dachte schon, er kriegt mich vielleicht noch Was ist das für ein Start, man? 10 Cubes hat er direkt gehabt Crazy Ich bin heute nicht so gut von mir Das ist Mikro, man Ist ernst? Cool Jawoll 5 und 12 wird selbst sehr gut Auf die Mikros hab ich auch nicht so Bock Wird Mikro öfters gespielt? Bleib unten, bleib unten Nice Let's go Ah, bissl lost am Anfang Wenn ich halt alleine bin Dann halt Wenn überhaupt vielleicht einen Kill holen, oder? Oder halt irgendwie Ult ein bissl Farms schätze ich mal, oder? Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich da allein da mit am Anfang bin? Ja, wenn du Cubes kriegen kannst, sammle Cubes ein Das ist so im Endeffekt das Wichtigste Und wenn du eine Kill machen kannst, das geht natürlich für den Stun Ja, ja, ja Wenn du merkst, gar keiner ist da, sammle auf jeden Fall die Cubes ein Okay, das ist genau der Fall Ist krass, hab ich zwei Cubes bekommen Nice, easy Da ist noch ein Stun mit Stun Ja, mit Ulti links, ne? Okay Sehr schön Boah, schöne Runde, Mann Das war eine sehr geile Runde, ja Ja, ja, ja So, okay, zwei Games für 57 Ich geh dir gleich Ich geh Invis Ja, ja Hier der Cordelius Ah, wusste ich nicht, dass er ist, ja Oh, oh, oh Okay, passt Hier der Leon Ja, zu spät, zu spät Hätte man direkt das Team rausholen können Oh, hier, komm Ah, nee, das sind Dings Hier der Edgar Äh, das war zu greedy Ja, my bad, my bad, my bad Okay, war's gut Hm Ich dachte, da wär nur einer drin, deswegen bin ich noch nicht Ah, ach so War schon verwirrt Oh, Stun? Oh Ja, schlechter Stun Hm So geil gerade Vielleicht Ah, ich hab noch keine Ruhe Ah, nicht so gut grad Ich sag irgendwie Ich sag irgendwie Ah, schlecht von mir, Mann Oh, oh Sehr gute Maß Boah, das ist eklig jetzt Ja, ich hab halt ein Easy-Killer, leider bist du auch gekillt Okay Ich hätt den Edgar killen können, aber dann wär ich wahrscheinlich totkillen Ja, richtig, richtig Ach, genau Ja, du musst da auch noch oben Das ist ein Team nach oben, du musst nach oben Hinter die Wand rechts, hinter die Wand rechts Und dann da chillen Chillen, solange es geht Ist okay Und Komm Es ist einfach ne Runde, ey Oh je, oh je, oh je, oh je Was ist das denn? Das ist insane Schön rausgenommen Ach, wir sind immer noch nicht top Bin drei Sekunden zurück, zwei Sekunden zurück, eine Sekunde zurück Hau doch Hau doch Nice Lass Klingt nichts Ohhhh Ja, ähm Ich hätt nicht jumpen dürfen oben in dem Busch Ja Was war das Problem? Ja, das ist tu, das wird ja das Problem Fickst du beide, ja, sehr schlimm Sehr schön Oh, sehr, sehr offensiv hier von denen Yes Lass die da liegen, lass die da liegen Lass die da liegen Stun Ah, schade Also, ja okay Alles gut Schön Ach Das Surge, Junge Double Werfer, kann man machen Ja, schon Kann ich von dir eigentlich auf den Gegner springen, geht das? Ne, ich wüsste Nice Also, man kann nur abspringen, oder was? Ja, 57 werden wir jetzt gewinnen, Leute Müssen wir nicht uns holen Hier ist irgendwie gar keiner in der Mitte bei mir Ich glaube jetzt einer da Hab ich einen Stunt, hab ihn Nice Good job Hab noch einen Ich glaube hier war keiner mehr Ops Da war doch einer Hier Ja Ach, schade Hm, als ich er bei mir ist, ist weg Äh, ich kill immer Sehr schön Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Oh Was ist der Plan? Boah, das war so geil, Bro Von mir Oh Alte Chat klippt das, Digga Wow In zwei Sekunden, Berg Muss ich es tun, so Das wird alles Ah, okay Okay Let's go GG Ah, okay, 3-4 war jetzt nicht so meine Runde, egal Sie waren 50 Ja, bin wahrscheinlich Stauern, das ist ein Miko Das ist halt Oh Ja Das ist ja Ultralost von ihm her Müsste auf jeden Fall ein Stun hitten, sonst verlieren wir, denke ich Ja Also auf die, auf die Farrow oder die Shelly Sind da beide Richtig gut, Bro Jetzt kann ich auf die Shelly und dann können wir die killen Ja, richtig Ah, das ist auch ein Kitschspiel, ich hab die Gegend sicher vor uns Ist die da unten? Komm hier drauf, komm hier drauf Oh nein, bitte, bitte, oh nein, ja, ich bin gut Das war zu spät, Bro Ja, ich seh's, ich seh's Ich war halt einen Tick zu weit weg gestartet, ich hab direkt geaimt, sobald ich konnte Bleib du rechts so ein bisschen Ist okay Schön gedocht, schön gedocht Schade Passt Ah, nee Ja, okay, killt mit Ah, vielleicht darfst du es irgendwie Na gut, egal Ach lol Zwei sehr gut Zwei sehr gut Ah, Junge Nicht schlecht gemacht Teilweise ein bisschen, ich rechne halt nie, dass ich treffe Und dann brauche ich zu lange, um zu hitten Wir kommen wieder runter Wir verlieren sonst Control Das Kind ist so geil Schön wichtig Es könnte was werden Sehr schön Kann da leider nicht reinspringen Ich wollte schon sagen, wäre das dumm von denen, wenn die jetzt da hingelaufen werden Okay Charlie Richtig Bist du klar? Ich kann mal runter Äh, ja Sehr schön Hab beide Richtig, okay Noch das letzte Team jetzt oben Schauen, was die sich hier Ja, den hab ich eigentlich gesehen, den Stunshot Oh, ja Let's go Richtig gut, Bro Schön Also das war sehr, sehr stark, man Danke Ich, äh, wo sind die? Unten oder links? Unten oder rechts? Weiß ich nicht, hab ich grad damit gekillt? Ist keiner mehr, glaub ich Ja Der war jemand, der war halt durch mich gekillt Ja, dann hätt ich halt in irgendeinem drin stehen können Ja, dann war keiner mehr Hier gleich auf einen von denen drauf Musst ihn dann ganz schnell killen Ja, so geht auch Und jetzt hier direkt Ja, ich hol die Kalbs Ja, ja Ein bisschen lost als ich die Sammler, egal Und go, komm Ein Hit reicht Nice Sehr, sehr starke Runde Ich stell das nur hier Hier unten, hier unten, hier unten Komm Ja, auch ein bisschen zu langsam Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich lauf halt immer erst ein Stück weg Ist mein Problem Weißt du, weil ich halt, ähm Ja, nicht, nicht anschießen Nicht anschießen Ja, das ist spannend Ja, doch Ich lauf halt immer ein Stück weg, weißt du erst Weil ich halt nicht, äh, also soll ich jetzt nicht Soll ich direkt hinlaufen oder nicht? Ich weiß es halt nicht so genau Also wenn ich, wenn ich sage, komm hier, dann, dann save Also dann, wenn ich so eine Andeutung mit mache, dann immer save Ist halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gadget drücke, dann halt nicht in mir drinstehen, so Und dann passt das Achter Trophäen jetzt für die Runde, komm Hier, das ist unsichtbar Achtung, ich muss hier weg Ja Hier, wo er hin ist Hier ist wieder unsichtbar Okay Was macht er die ganze Zeit Leon hier auch noch Schlecht Ich würde es machen können, ich weiß nicht Ich weiß nicht Äh, kill einfach Save den Cube vielleicht, wenns geht Äh, das Kit Äh, das hätt's nicht machen sollen Ja, ich weiß Ja, komm hier, komm hier, komm hier Schon gemacht Ist einer drin? Oh, das war richtig gut, Bro Wante Summe go hin, Summe go hin Auf wen soll ich? Äh Ja Oh, schade Schade Muss ich aufpassen Kannst lieber aufs Save weggehen, oder? Hä? Was hat das denn? Mal abgejumped, keine Ahnung Pass auf, dass oben ist Edgar Ja Ist dumm und ulti auch nicht so geil Oh, die Piper auch noch Oh je Besser direkt Ja, okay, ist sauber Ja? Äh, jetzt hier nicht ult geben dürfen Das war jetzt Das war 2, das wird ja Das hier noch Aber egal Leider, leider, leider Okay, ich, äh, genau, hol direkt noch den Keyhub außen, oder? Würde ich sagen? Äh, ja Ja Okay, jetzt kann ich noch den nächsten Keyhub Okay, ich warte hier mit Star im Busch Ist keiner Keiner in der Mitte Eigentlich die Mitte ist einfach selben Wieso kommt hier nicht keiner in die Mitte? Ah, jetzt Geh, hier, hier Ja Arsch, hier passt Kann ich eigentlich direkt holen Komm runter direkt Ja, der läuft weg Ja, aber klar Wir können trotzdem ein bisschen jagen eigentlich Pass auf, der respawn gleich Ja, ja, ja Warte erst, bis er respawned ist Der ist nur noch irgendwo von oben Sehr schön Kett läuft weg Schön Nice Huh Der Leon Auch wieder schön Nice Kein guter Start von mir Die Pipe, hey Das ist asozial so zu spielen Ja, lieber, lieber die Cubes nicht geben, ne? Ja, bin ich aber genauso Ja, okay Könnte ich sein Wreckige Spielweise hier Was? Hey, wo ist denn das? Dann hätte ich mir auch lieber aufgehoben Ja, ich weiß, ich wusste nicht, dass ich die One-Shotten Ich hab schon Ja, ich seh gar nicht, ich hab elf Cubes Ich hab mich gar nicht gecheckt Alter, hab ich Ich hab grad drei Leary-Hits getankt Ey Der ist grad in der Sekunde rausgejumpt Egal Richtig Das ist jetzt hier noch Sehr geil Ja, ey, ich dachte auch, du hast ganz schön viel ausgehalten, ne? Oha Oha, 9-0 die Runde, richtig Ja, das war aber krass Okay, komm Einen Game für 900 Äh, 800 Nice Nice Sehr stark, sehr stark, sehr stark Nice Well played War sehr gut Jawoll Let's go Sehr gut gespielt, Bro Danke Also das war Das war schon Pro Weil ich dir wie es ist Das war schon Pro Spiel den Dynamite Schön Hätt sich noch gespinnt Passt Hätt ich früher da sein müssen, oder? Äh, ach man Ich dachte, sein Mate is down Achso Auch wieder mein Fehler Okay Ich spiel grad nicht gut Sehr schön, Bro Du spielst grad besser als ich Doch, du spielst grad wirklich besser als ich Nicht schlecht Danke Ja, da links ist, äh, Cody löst Kannst du auch reinschießen Mit stun Schön Oh, schön Huuu Bro, also du spielst grad wirklich sehr gut, Digga Danke Der ist irgendwie grad gut Der ist jemand Edgar Ich schütz dich vor Edgar Du killst ihn Ja, genau Ich kann einfach schießen, genau Weil der kann jetzt machen dann Ja, äh, genau Noch Hilfe? Ah ja Ah, der ist nicht rausgelaufen, wusste ich schon Schöne Runde Ja, jetzt einfach noch safe spielen Aber die killen sich eh gegenseitig Ja, ja, ja Schöne Runde Ja, läuft Gut gespielt Ja, 814 Was denn? Wir könnten Dynamics mit stun warten, pass auf Ich sag's noch Ey, ich sag's noch einfach und dann lauf ich selber rein Eieiei, das war ja wirklich bodenlos wieder mal Ja, alles gut Ich hab so fett mit gerechnet und hab trotzdem Toll Schau mal so ein röschendes Jumpgeräusch Ist das ne Option da rein zu gehen? Eher nicht, oder? Hm, da kannst du einfach draufknallen Der Ander kann gadgeten, ne, und jumpen Ich würd eher nicht Ja, dann jump ich auf den Greif den an, Ro, wir teamen doch nicht Greif den an jetzt Achso, ich team natürlich nicht Achso, natürlich, nee, nee Jaja, das jump Wie teaming los? Nee, natürlich team ich nicht Ich, ich, hä? Ihr habt ja nicht gespinnt, oder? Ich hab nur, na doch Die haben die ganze Zeit gespinnt Ich hab nur drauf gewartet Ja, ich hab nur drauf gewartet Ja, ich hab nur drauf gewartet, dass sie mir Anweisungen gibts Oh, man Hier, und einmal go Achso, ich wollt nochmal stun Ach komm Dann komm, wir los safen, meine Ulti Oh je, ich dachte schon kurz Ah, der Edgar sauer Och nein Rächtet mich jetzt Oder ab Ja Ja, warte jetzt kurz ab Ich bin in 8 Sekunden back Ja, schau Ich konnte nicht, oh, ich hab 60 Mal auf die Ulti geklickt, komm Perfekt Ja, egal, komm mal wieder Plus 10 9 Ja, alles okay Ab 1 Ja, die sammeln den Cube auf, super, danke dafür Boah, das wär gut gewesen, schade, hab ich zu spät Ah, wenn ich da besser gewesen wäre, hätte ich so abstauben können, schade, man Und beide Cubes Hacker Alle 3 Cubes sogar, da war noch einer Ja, sehr schön Oben Bowbrock, aber ich will jetzt nicht so sehr in die reinlaufen Oben fighten die, ich dann besser einmischen Sehst du Schau Hm Den gehen wir Was machen wir Was chillen? Auf die, auf die oberen denke ich Okay Hast du noch ein Gerditch? Zwei Ja, dann Ich rotier mal hier rein Ja, ich geh hier rein Ah, das haben die gesehen Sehr schön Cool, Edgar Schießen, schießen, schießen Schießen, schießen Hab ihn Nice Ja, schön Schön, schön, schön Ach komm Gadget Richtig Go Didi War schön, war schön Schööööön Okay, die Pam Das dachte ich wird noch stehen Holt muss ich noch besser nutzen Die ist echt nicht gut Was will die denn? Ey, ey, ey So durch das hier Kannst du ja fast schon Ja I'm ready Gehts? Nice, super gemacht Zack Och, meine schöne Ult Also die Ulti haue ich noch oft ein bisschen daneben Sieht auch vor allem übel nice aus, finde ich Ja, man kann schon nicht alle Also Hit ist schon gut Also es liegt nicht am Hitten Einzige Schwäche ist Reaktionsfall, glaube ich, bei dir Oder so ein bisschen antizipieren Und so Nicht die Rentner Reaktionsfall, sagst du? Ja, so ein bisschen Ja, so ein bisschen Oh, oh, oh Habe ich, habe ich alles gut Da ist ein Shelly Nice, GG Schööööön Vielleicht liegt es ja auch am Handy Aber ein niedriger Reaktionsfall Lauf rechts in den Busch Lauf rechts in den Busch Ja, genau so Genau so Und dann sind die unten neben dir Die sind da, die sind da In den Busch unter dir Hier Hier Ja da hat er auch noch eine Nice Let's go Ah, schöne Runden hier Beide 6-0 Ja, okay. Oder so. Oder so. Killste einfach kurz, warten bis ich Ult habe. Bisschen dodgen jetzt. Ah, das ist mich so dummhitten die ganze Zeit. Und dieser Pipers nervt mich so hart. Check mal den, äh, rechtsstun, rechtsstun. Ja, ich weiß, hatte ich schon. Ich höre mich um die Miku, du um... Jaaaa! Nein! Ich hab so gefordert, dass ich ihn gestunnt habe. Nein! Alles gut. Aber ich wollte persönlich killen, weißt du? 850. Sehr schön. Wie ist der denn jetzt da? Ist ja auch ein Free Win. Nimmt man mit? Schon hab ich. Ist auch noch mal einer, oder? Ja. Ja, ich die noch gestunnte, der wäre richtig geil gewesen. Schade. Ja, das stimmt. Hier auf, äh, einen von denen können wir killen. Komm, 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 komm. Fängen wir easy ab. Ich dachte, egal, dann schuld. Schööööne Runde. Schöööne Runde. Schöööne Runde. Sehr egal, beide Elf jetzt. Einfach Free Win hier im Duo Showdown. Ja, Junge, was das war. Wo sind die denn alle? Ich haut einfach ein Hypercharge und Ulti in den Busch rein. Oh. Da war noch keiner. Ja, bei 13 Cubes kann man das ja machen. Also, weiß nicht. So, 12.000 Schaden. Ja. Bei Play GG. Normalerweise natürlich nicht, aber bei sowas. Komm, 863 ist sehr schön. Weiß? Ah, das war Mikos, oder? Wie der noch auf mich geht, ich weiß es nicht. Oh, kriege ich Aggressionen davon. Ja, bei Mikos kriegt man echt Aggressionen, bestimmt. Nein, das war zu aggressiv. Ich darf die Zanz nicht so dumm rauszuhaben. Was? Oh, das war so mein Fehler. Oh, mein Gott. Gut gemacht von dir. Ey, das war aber wirklich auch ärgerlich, Mann. Ja, kill den Zölsch, dann kann ich auf den Le- äh, den ist du, genau. Hab Volltreppe weg, Volltreppe. Oh, und jetzt den Leon killen. Ich muss erst mal hier an, ich bin fast down. Ja, komm, 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 komm. Schön gemacht, schön gemacht. Ey, dass wir das noch holen, ist nur Day zu verdanken, wirklich die Runde. So was hast du halt. Boah. Gehenkehrliches mit der Ulti. Nice, let's go. Boah, die haben so ein cooles, äh, haben die Neuen zugefügt. Was für ne kranke Killer. Nehmen wir 200 bitte dieser Mecha-Crow-Skin inzwischen. ETF? Jaja, Mecha-Skins haben sie gut gemacht. Boah. Das ist ja sehr wild. Ja. 874. Also ich werde jetzt sterben, ah, wobei sterben nicht, hab ich Probleme auf jeden Fall. Das machen soll ich auch. Das sind auch Windrailer, siehst du, ja. Sehr schön. Sehr schön. Verrollteam. Nach oben, sobald du kannst. Ja. Boah, das ist echt los. Ja, siehst du mal, wie viel Skill die haben. Was für ein Pool. Ich wollte hier mal ein bisschen mitmotiviert. Ja, und das ist nach oben. Hier können wir ein bisschen Cam noch weiter rutschen, nach hier oben, oben, unter uns ist jemand im Busch, unter uns ist jemand. Und jetzt hier oben links in dem Busch. Wenn du kannst dann, ne. Jetzt gleich. Schön. Dankeschön. Ich wusste auch nicht, ob ich Wind's nicht zeigen dürfen, weißt du? Deswegen hab ich erst nichts gemacht. Schade. Na, 2. Jahrhundert. Schön, schön, schön. Let's go. Windrailer rausgenommen, Jonas. W, let's go. Wann hast du das gesehen, dass das Windrailer waren? Hast du auch gesehen, wie die ineinander standen? Die hatten gar keine Angst, dass irgendeiner, die da standen zu viert, ohne Vertrauensprobleme, also ohne in irgendeiner Weise vorsichtig zu sein, standen ineinander drin. Ah, okay. Jetzt, oh je. War keine Bock auf den Nico wieder. Nice. Wichtig. Okay, wir sind auf 880. Soll ich rechts gehen? Ja, gehen wir aber auch nicht hin. Search rotiert auf. Schön. Oh mein Gott, 100 HP. Jawoll. Muss uns ja gar nichts machen in die Runde. Perfekt. Ah ja, come on. Ey, das wär so lost gewesen, wenn er weggekommen wär, sag ich ehrlich. Yes. Okay, und damit gehen wir rein in die entscheidende Runde für 900 Truffern. Auf geht's. Soll ich mit pushen? Da ist einer drin, da ist einer drin. Ion, toll. Ion ist Telo ported, oder? Ich seh die ganze 2 Tics, da ist einer. Oh, oh, oh. Wer ist da im Busch noch, der ist da noch im Busch, Achtung. Ich hab Quell geholt. Der ist hier, da. Da ist er, ja. Hab ihn. Schöööööön. Ich mach den Busch kaputt. Schieß dir nicht an, lass mich einfach halten. Ach so, oh mein Gott, ja, das ist ja übel gut für dich. Schieß dir an, Slyphel. Hast du was, macht sie bei uns oder auch? Slyphel, schieß sie mir an, Slyphel. Schill sie. Oh mein Gott. Schönes bekommen, ne, dass ich jetzt auch was treffen muss. Okay, sehr gut, sehr gut. Da ist toll drin. Alle sind da drin. Ich seh, wenn einer kommt. Ja, kommt einer. Kommt einer. Schön gemacht von euch. Kommt noch einer, kommt noch einer. Ja, okay, aber den Jump, war das gut? Die Ult von dir meinst du? Ja. Oder das Jump? Ja, die Ult von mir. Äh, kann man machen. Oh, egal, 1-1. Da ging zwei Minuten. Du musst ein bisschen abwarten, jetzt spielen wir weiterhin, ne? Hat der Ult? Ne, oder? Fokus du mal die rechte Seite. Ich fokus links. Nice. Schön. Oh, okay, zum ersten Mal auf 900. Wie gut. 900, jawoll. 3-3-4. Oh. Pre-kill. Nicht wirklich. Wir haben die hier unten drin. Die trillt auf der anderen Seite des Dings, ne? Die ist hier unten, meinst du? Nee, auf der gegenüber von mir. Achso. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Ich haben die gar nicht mehr. Ah, schon eine Runde. Komm mit hoch, komm mit hoch, komm mit hoch, komm mit hoch. Wer? Ich? Ja, du. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss meinen am besten Namen sagen dazu. Ich glaub, ich glaub. Kann euch da eigentlich keiner? Jonas, du aimst nach da oben. Jonas, du kannst schon schießen eigentlich. Ja, ja. Da ist einer. Schön, 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 schön. Muss ja rauslaufen sollen. Der wird gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich geh noch dazu. Okay. Nice. Warte kurz. Ich will bei denen wieder öffnen. Ja. Ich öffne aber nicht euren Block. Warte kurz. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Nein, ich schritte jetzt. Nice. Kannst du überraschen. Nice. Nice. Karl ist alleine, oder? Nein. Wie meinst du da? Unten ist einer. Ja, ja. Ich weiß. Oh mein Gott. Du. Nice. Äh, wie? Schau mal. Ah, ich wollte eigentlich gar nicht ulpen. 4 HP, okay. Ich bin down, ich bin down. Der hat 4 HP, der ist hier in Tam-Lock. Verarsch. Wie können die alle überlebt haben? Vor allem mit dem Double-Stun noch, Mann. Wir waren alle One-Hut. Und ich hab... Das ist so... Anlaki, egal. Ich hab Karl Gadget abbekommen und ich war irgendwie tot. Ich konnte irgendwie nicht gegen ihn gehen. Okay. Aber Sniper kann, glaub ich... Nein? Stimmt. Maybe jetzt ein Stun hier noch, du musst helfen. Ah ne. Ich hab lieber alles auf jetzt noch. Mich nicht mehr dazu zu fighten. Oh man, ich dieses... Ich hab beide gestunnt. Wie kann das sein Zweck? Die hatten beide? Egal. Ich wusste nicht, dass er dieses eine Gadget da spielt. Dieses... Flammen-Ding. Soll ich wieder nach vorne so? Egal, wo du das... Bleib. Kannst doch gar bleiben. Ich steh jetzt einfach nur hier hinter, ich mach jetzt gar nichts. Ich mach auch nicht. Ah, ich bin dieses Gadget. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht mal, das sehe ich noch. Stun. Woh. Wider der Double Stun. Wohll! Einfach Hypercharge, auch wenn du ihn nicht triffst, bekommst du ihn wieder. Sehr wahrscheinlich. Ich wollt... Keine Ahnung, was das war... Egal,. Nice. Jawoll. Zweimal Double Stun getroffen, ein hat echt weggelegt, dass er da nichts rauskommt. bekommen haben. Oh mein Gott. Das ist aber ein richtig gutes Matchup für euch beide. Kannst jetzt schon einen nehmen. In die Zone. Kannst aber den theoretisch. Da könnt ihr vorpushen, weil ihr seht die ja dann, ne? Ja. Ich muss aber jetzt noch mal ein Hit landen, sonst weiß ich... Jetzt, jetzt, jetzt. Nice. Easy stun, mach schon. Ja. Ich hoffe, ihr klappt das in der Unterwelt. Oh, das war knapp, als ich dachte, hä? War geplant, alles gut. Oh mein Gott. Ich geh direkt wieder hoch. Nehmen wieder direkt jemanden in die Zone rein, dann wissen wir, wo sie sind. Nimm den Poco, es passt schon. Jetzt wissen wir, wo sie sind. Ich kann den maybe sogar durch. Kannst pushen, Jonas, man sieht die Gegner. Ich könnte den Poco, ich weiß nicht, ob ich dabei sterbe, ne? Oh, der Dust-Things. Oh, ich bin nicht gecheckt, dass er das hat. Der Dust-Things. Direkt vor uns, direkt vor uns. Ich krieg Tabs. Ja, ich krieg Tabs. Ach. Jawoll. Läuft sehr gut. Läuft sehr, 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 sehr gut. Schön, das ist jetzt irgendwie von euch 128. Versuch's mal. Eingetroffen. Ah, das ist nicht ganz. So, ich hab's die Ulti. Soll ich aufmachen bei denen? Kannst da, ja, kannst du. Wo? Da direkt zwischen den Grasor? Äh. Hier oben, wo sich der Busch dann... Das ist schwer zu sagen. Er ist aber eh tot. GG's. Nevermind. Nice. Da ist jemand in dir drin. Der ist hier. Hab ich die Ulti richtig geworfen? Ja. Ich würde das nicht kaputt machen, weil da geht ihr später hin. Er soll Mitte breaken. Er soll Mitte komplett breaken. Soll ich hier aufmachen? Geh mal außen rum nach oben. Also... Oh, das... Geht einfach hoch, geht einfach hoch. Ja, ja, ich wollte auch grad sagen, ich gehe schon nach oben. Das Problem ist halt, wenn der ein von uns die Schattenwelt holt, ne? Dann haben wir halt ein Problem. Hat er aber nicht. Soll ich aufmachen bei uns? Ne, bei uns nicht, ne. Nice, easy. Nice. Ich würde nicht in den Busch gehen. Ja, jetzt raus, 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 raus. Schön, nice. Nice. Ja, okay. Oh, oh, oh. Renn einfach weg. Ja, lass rushen. Hier oben. Mitte bei uns, Mitte bei uns im Busch. Oben bei uns im Busch, Mitte. Siehst du nicht, Jonas? Ich hab doch gesagt, der ist da. Ich hab's nicht gecheckt. Wo ist der, wo ist der, Jonas? Ich bin jetzt nicht gewöhnt, sorry. Sind alle da. Stunt. Ich hab Cordilius. Oh, wieder Stunt. Und Quid. Na gut. Können die nicht zusammen durch die Unterwelt, äh, durch Teleporter oder wie? Ähm, das geht nicht. Oh. Yes. Ey, sehr schön. Okay, 931. Jetzt gehen wir nächste Runde plus 8 wieder. Push ein bisschen vor, Jonas. Tank für mich. Wieso, lauf einfach straight. Ich mach schon den Damage. Ah, never mind. Ja gut, das Basis-Ewein. Great Teleporter. Ich hab mehr Handy. Boah, wichtig. Stark, stark. Willst du den Teleporter? Ich bin hinter dem. Brauchst Ult. Use sie bitte nicht. Überhalte sie für die letzte Runde. Jawoll. Schön. Brauchst Ult, ganz wichtig. Nice. Brauchst Ult, glaub ich noch, ja. Schaffen wir, komm. War, lass, wir warten bis Endgame. Ja, ja. Ich versuch da einfach nix zu feilen. Grace, One-Shot. Angel. Ja. Oh mein Gott. Was passiert? Shit, 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 shit. Ich geh einfach hoch. Ja, okay, so geht's hoch. Okay. Okay. Mandy, bitte. Bist du? Ja, ich bleib hier hinter, denk ich. Ja, nice. Mach einfach Ohl und Kul. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Was? Oh, okay. Ein Game für 150, glaub ich. Jetzt mal schauen. Und... Nee. Ach... Ah, noch zwei Games. Okay. Die sind maximal schlecht. Ich merk's. Also da können wir jetzt einfach ruhig rennen. Ja, ich renne jetzt auch einfach auf den Zoos. Die sind hab ich Starlight Hitten lassen irgendwie. Komisch. Oh? Ist losable. Okay, genau dasselbe wieder vorne rein? Ja, ja. Die sind eh schlecht. Hier ist ne Max drin, ne? Oh, das wusste ich nicht. Die Max hat nicht mal Starpower, ne? Oh, Gott. Wo sind die? Spike ist ganz hinten rechts in der Ecke. Tanks für mich, Tanks für mich, Jonas? Ah. Okay, so. Die Rage hat er mich holen können. Ja, ja, ja. Ich hab's erst gecheckt, dass du ihm noch geredet hast, ey. Ich war übel. Okay, sehr gut. Das heißt, äh, entscheidendes Game für Rang 29 jetzt. Auf geht's. Entscheidende Runde für 950, Rang 29. Jetzt hier mit Dynamike. Let's go. Okay, Chester. Andro. Das ist selber, ne? Chester. Chester. Oh. Nice. Wichtig. So. Kannst du da rein, Ulten theoretisch Angel? Ja, wenn ich irgendwas sehe. Hast du getroffen? Boah, stark. Die Maze voll. Ich meine, ich bin One-Hit, aber sie ist auch One-Hit. Sie ist links oben hinter der Wand. Links, in der Mitte Busch. Ich war das mit. Mach, ich schieß da mal rein. Ich seh da was. Ja, ja, ja. Kann ich eigentlich einfach hier. Wenn du noch von der anderen Seite schießt, dann können wir die so ein bisschen hier drin. Andro hat Big-Schuss, ne? Oh. 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 Und Maze ist auch sehr random, hä? Oh. 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 Nice. 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 Okay. Eine Runde, dann sind wir Rang 29 und 950. Ich gehe wieder vor. Chester ist teleportet. Die teleportesten sich alle, oder? Sind alle weg. Dann bleiben wir jetzt oben. Oh, schade, ich dachte ich hab'n Kill. Theoretisch kannst du dich teleportieren in Instant Ult-User. Ab! Denkst du Chester bekommen? Nice, okay, dann nicht. Dann würd' ich aber nicht machen, oder? Oh shit, okay, das war nicht okay. Das war irgendwie ein bisschen unlucky. Ah, dieses Poison-Ding jetzt. Ich muss es warten mit Stun, ne? Irgendwie hat der Angelo das Schedule sehr gut getimed, parallel zu meiner Ulti. Ich werde am besten einfach ab, oder? Das Schlaueste. Dann hast du vielleicht Gettung aktivieren und irgendwie probier'n durchzusnicken. Durch den Busch mit Schedule aktivieren und durchschnicken. Vielleicht kurz du. Ja, schade nicht ganz. Ja, nice, immer guter Hit jetzt. Richtig, 950 Trophäen, Rang 29 auch. Und das bedeutet... 158, 42 Trophäen. Weiß gar nicht, wie viele sind's denn jetzt? Hier unten. Hier unten, wenn wir jetzt gewinnen. Mach Gadget nach vorne rein. Gadget, Gadget. Ah, der hat mich, glaub' ich... Ja, der hat mich bekommen, was ich... Ich weiß nicht, schlimm. Abhol' ich, abhol' ich. Ja, okay. Ja, unlucky. So, dass du kannst schon mehr reinschießen, ne? Also, du musst nicht dann da einfach durchstehen. Ja, okay, okay, ich dachte... Nein! Du stehst da ja die ganze Zeit immer nur rum und schießt nicht. Ja, ja, okay, okay. Aber rausgeholt, die müssen nicht stehen. Ist okay, die ist in Ultform, ne? Links, Mitte, links, Mitte... Links, oben, Mitte, nicht im Busch, jetzt im Busch. Ist okay, ist okay. Die haben jetzt hier vor. Ist da an. Schön, schön, schön. Ja, nix. Schade. Äh, Primus, Mitte. No. Rechts, Mitte, ja, Redback. Nice! Er ist rundet. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Beide da oben, Primo und Ult. Machen, break mal. Boah. H2 gegen 3 ist schonmal sehr gut, jetzt. Was muss ich halt schneiden? Wir sind auf Dings. Er hat Ult, Primo und Ult. Oh Gott, oh Gott. Ja, daneben, leider. Ich Ulte nicht noch. Ich Ulte mal reinkommen. Nice! Lass ich hypercharge, vielleicht? Ich soll Ulte haben. Nice. Hast du? Keine Ahnung, wo die ist. Oh, oh, oh. Mal aufpassen. Ja, ist egal. Die Pfanne, die Pfanne schlägt. Wollte eh nur hypercharge holen. Okay, gehen wir nach vorne wieder? Kann auch chillen, denke ich. Nehmen einen, nehmen einen. Geht's gleich. Ich mach Stun an. Schön, schön, schön. Er hat nen Free-Kill, er hat nen Free-Kill. Wir können hinter. Jawoll! Ah, jetzt die Bombe auf ihn. Ja, ich wollte es. Egal. Vielleicht lieber auf ihn die Bombe werfen sollen, aber es ist schon zu spät. Ne, schönes Spiel. Schönes Spiel wieder. Man muss die Kipp noch so ernst nehmen. Nice. Boah. Was heißt? Äh. Schönen Runden wieder. Ist der jetzt hier. 969. 31 Trophäen. Dann haben wir 1.000 auch mit Dynamike. Das wär krass. Ah, mit denen hab ich mal Rang 35 gepusht. Echt? Einen von denen. Komm vor, komm vor. Probier. Ja, ja, ich seh schon, die können. Ja, die sind sehr, sehr. Ich halt die jetzt hier rein und... Ja, schieß einfach rein. Ja, 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 genau. Nice. Oh, Buster kommt, okay. Geht der auf oder so? Ja, Jonas, ult, ult, ult. Ja, das war noch halt ult. Nice. Wo bin der ult? Break, 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 break. Oh, direkt da wo du stehst wieder? Ja, Sniper kann auch hier breaken. Ja, ich glaube, du stehst. Hier? Brake ist unten. Ja, nice. Ja, wo jetzt haben die gar keinen Bock mehr drauf. Let's go. Oh, es wird's gelapt. Du musst aufpassen, der ist sonst in die Zone. Oh mein Gott. Du musst aufpassen. Du musst aufpassen. Der ist, äh, links im Busch. Der Tisch jetzt im Busch bei mir. Geh in Jonas rein. Ne, es macht gar keinen Sinn, Angel, was du machst. Er hat gut gesagt, links bei uns im Busch. Links im Mitte hab ich dann gesagt, sorry. Hab ich nicht mehr gesagt, ich weiß es nicht. Der Buster kommt jetzt rein. Wo ist der, Jonas? Wo ist der? Wo ist der? Der geht jetzt nach, ich geh nach unten rechts jetzt. Wo soll ich hin? Unten rechts? Komm einfach zu Jonas da, bevor der gleich in dir steht. Schön gemacht. Ja, okay. Wir sind 10-1. Buster, Buster. Bin der Ult Jonas? Bring mich, bring mich, bring mich. Nice. Ich hab jetzt Hypercharge. Ich warte es ab. Wenn wir teleportieren, wirfst du deine Ult da rauf. Oder so. Sehr gut. Die trifft wieder, du bekommst wieder. Ah, doch nicht. Das war los. Wie war's dann? Ich hab noch 3 Stunts. Ach, steht da oben im Busch. Ich hab den aber nicht wirklich low. Hab ihn. Okay, teleport. Oh, oh, oh. Lass mich verarschen. Wir sind so dumm. Ich wüsste, dass das passiert. Ja, das war so unnötig von uns her. Wieso? Wir sind so dumm. Wir sind beide so dumm. Aber ich bin noch dumm. Ja, ich... Ja, ich bin der Ding. Ich bin super. Scheiße. Ich weiß es nicht. Wir haben das mit 1 gegen 3 gegen Darkfallern, Junge. Weil ich dumm bin. Also das ist eigentlich der unnötigste Loser, den ich jemals kassiert hab, sag ich ehrlich, Mann. Schön. Nice. Jawoll. Doch. Charlie. Öffne mich nicht. Öffne mich nicht. Ah. Ja. Let's go. Es ist besser, wenn du erstmal den Gegner fokussierst, dass er halt nicht die Chance hat, mich anzuschieben. Ah, ja, ja. Machen wir vielleicht gut Glücksdarm. Einfach da rein. Einfach gut Glücksdarm. Okay. War kein Glücksdarm. Da ist aber irgendjemand. Irgendjemand lädt mich nur ult auf. Wieso? Kann der da einfach durchlaufen? Okay, der ist, äh, mitte oben. Mitte oben jetzt. Ja, mitte oben. Ich geh auch unten. Also bei mir förmlich. Ganz in der Mitte jetzt. Mhm. Ult mal die Mitte. Ult mal die Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Das war doch gut. Mitte. Bei denen. Einfach in der Mitte. Ach so. Bei denen ist er, okay. Nee, einfach in der Mitte. Der ist tot. Links links. Sehr gut. Nice. Schöne Runde. Schöne Runde. Schöne Runde. Vor allem auch gegen Melody wieder. Ah, geht doch. Voll. Jetzt läuft's gut. Aber Jonas, du konntest ja sogar holen. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht dabei sterbe. Das ist wirklich. Ja, das ist gut. Hätte ich probieren können, aber die werden als die Dritte. Mhm, das ist gut. Klar, hier hat zwei Gadgets raus. Das ist gut. Bis dann. Oh, kriegst du? Ach. Probier noch deine ult. Am besten nicht Brock ult geben. Der soll nicht behalten. Hat er nicht schon ult? Nee. Ja, das hab ich. Es wurde abgecampt von der Piper. Ich bin tot. Piper 1. Piper untere. Piper tot. Schön. Du hast überlebt irgendwie. Geil. Das ist so wichtig, Junge. Wie mal unter uns. Unter uns? Nein. Sind beide da oben rechts im Busch. Schön. Lass dir jetzt ein... Eindings und einpassen. Jawoll. Schön. Jetzt kannst du noch Ulti aufladen. Ich krieg keinen Hyper-Touch. Okay, komm, wenn wir jetzt gewinnen zwei Games. Schaffen wir. Wir bleiben wieder da, oder? Würde ich sagen. Nein. Wurde halt krass abgecampt von der Piper. Die hat mir direkt 3400 da gegeben. Okay. Jetzt überlebt das aber nice. Boah, Sniper stark. Ganz wichtig. Geh rein. Block hat alles daneben geschossen. Fünf Schüsse oder so. Block tot. Nice. Ja, fast. Haben wir. Jawoll. Jetzt haben wir es eigentlich. Jetzt können wir es nicht mehr verlieren. So. Schöne Runden von euch immer. 184. Jawoll. Ach ne, der Gaff. Hä, ist sofort okay? Ne, ich hasse sowas. Ich hasse überhaupt. Was hast du, ne? Du kannst, also wirklich, ich glaube, das könntest du eins gegen drei gewinnen. Würden sie anspielen. Was machen die denn da? Soll ich eins gegen drei gewinnen. Die campen mich dann einfach ab, wo ich spawnen würde. Nice. Schön. Das ist okay. Der hat Gercht angemacht. Oh, der hat ein zweiter, äh, ich beide getroffen. Hm. Ich hab null für Ulti. Null. Hier mal ein bisschen, oder? Ah, da war ja auch. Ah. Ich geh mal offensiv. Komm. Wissen wir jetzt, wieso wir uns zu healen. Wissen wir jetzt, wieso wir uns zu healen. Wissen wir jetzt. Jawoll. Schön. Ein paar schon. Ja, sehr schön. Ulti hab ich noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hätt dir Ulti geben sollen. Ah. Ich geh links, weil die grad eben links gerusht sind. Ja, ja, ja. Okay, die gehen wieder links. Was dann? Achtung. Was raus? Schön, schön. Was wandert hinter der Wand, wo ich stehe? Der rennt die ganze Zeit hier rum. Der rennt hier die ganze Zeit rum, um den Stein, wo ich stehe. Rennt der die ganze Zeit. Oh, oh. Ja, egal, egal. Jawoll. Schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Das bedeutet. Schön hier. Äh. Ja, fünf Trophäen, komm. Alles gewonnen. Entscheidende Runde für 1.000. Wenn wir gewinnen, haben wir genau 1.000. Komm, bitte. Müssen wir es aber wirklich schaffen. Gegen Charlie machen wir uns jetzt. Eigentlich immer ein bisschen schwer gegen Charlie. Egal, schaffen wir auch gegen Charlie jetzt. Oh, das sind beide. Machen die da? Ich hab sie. Jawoll. Was da noch? Was da noch? Du kannst bei denen oben jetzt alles aufmachen. Wo ist denn Basta? Wenn du stirbst, ist das nicht schön. Ist der Teleportiert? Oder der ist hier drückt? Okay. Kann jemand ultfarm? Du wärst uns auf Farmen, oder? Talbot charge für dich. Vielleicht kann ich auch mal ultfarm. Ah, passt. Okay, komm. Jetzt noch einmal. Dann haben wir es. Let's go. Müssen wir es schaffen. Müssen wir einfach schaffen. Müssen wir einfach schaffen. Chester ist weg? Ja. Chester ist unten. Auffassen. Bei uns. Hier gehen jetzt alle 3 in eine Runde. Schauen. Chance. Kannst du ihn stammen? Ja, hab ihn stammen. Hä? Hä? Ist doch schade, dass ich... Ja, wegen der Starfall. Ich meine... Der ist immun gegen... Ach, der ist immun dagegen. Ulte den Chester. Der ist... Der ist doch safe unten an der Mitte, oder? Aber Chester ulten? Ist das so gut? Der knallt mich doch. Na, wenn du auf... Auf die Zone wartest, bringt's nichts. Ich würd jetzt ulten. Egal werden. Ich würd irgendjemanden ulten. Schön. Ja. Vielleicht genau meinen Stand. Cool. Schön, schön, schön. TP nicht zurück. Mein Gott, sch... Mein Gott. Jungs. Jonas... Ja, Jonas. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ja, ich... Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich geh ein bisschen nach oben erstmal, ne? In den Mittelbusch, geh in den Mittelbusch. Wenn du einen Stun triffst und dann... Jetzt wirst du einfach nur noch den Stun treffen. Ja, ich weiß. 2. Danke. Komm, Jonas, den triffst du. Ja, okay. Das ist, was ich war. Das war unlucky gegen der Ulte. Shit. Genau, indem du die Ulten durchweg genockt und hast uns das Nettchen gehabt. Okay. Oh. Buster ult. Okay, ich darf wieder nichts da. Chester unten, Chester unten, Chester unten. Oh, Chester hast du unten. Oh, Chester unten, beide unten, beide unten, beide unten. Ich war grad so unlucky, hast du's gesehen? Ab in, ab in, ab in, ab in, ab in. Jawohl. Okay, jetzt sind wir überzeugt. Jonas, hypercharged, hyperbar. Einfach bei hypercharged auf irgendwas, oben. Beide oben, beide oben. Beide oben, Jonas, du kannst... Ach, beide oben, sorry, 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 ja. Der Buster ist rechts oben in diesem einzelnen Busch da. Da drin? Der Buster ist mit im Leben. Der Buster ist mit im Leben. Der Buster ist mit im Leben. Der Buster, Chester, Chester. Wir sind überzahlt. Wir müssen mal schlippen. Schön. Jawohl, jawohl. Mein Gott, mich hat einfach dieses Teil geholt von der... Haben wir, haben wir, haben wir, alles gut. Let's go! Ja! Endlich! 1000 Trophäen, auch mit Dynamike. Schöne Runde nochmal. Richtig. Underdog, was? Hä? Wie hoch waren die? Lol. Okay, crazy. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, denkt wie immer gerne an Crader Code. Jo, Jonas. Ganz rechts im Shop, völlig kostenlos. Gerne auch alle 7 Tage neu antragen. Ansonsten haut rein. Da ist noch der Abstand verlinkt. Lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Und danke für den krassen Hype und den krassen Support aktuell. Ich versuche jeden Tag das Beste rauszuhauen. Ciao!